Und damit Moinzen zu diesem VfB-Podcast vom Spiel gegen Frankfurt, morgen Samstagabend, Topspielansetzung, dafür natürlich der Rückblick auf Dortmund, VfB-News im Mittelteil und am Ende natürlich Vorbericht zum Frankfurtspiel. Wir gehen rein mit Dortmund, 1-0 dort gewonnen und auch da, wie ich schon bei den Stadion-Flogs immer mache, Spielfazit habt ihr ja schon bekommen, wer im Stream dabei war, sowieso, da war ja sowieso wieder Stream am Start, Stream-Highlights davon sind eben online, Video ist schon online, wer es noch nicht gesehen hat, kann es gerne tun oder nochmal gucken für Spielfazit, wie auch immer. Wir haben gegen Dortmund gewonnen, 0-1, das heißt, wir haben 2-1 gewonnen, 2-0 gewonnen, 0-1 gewonnen, alle drei Spiele gegen den BVB dieser Saison gingen an den VfB, was auch schon komplett gestört ist, das hier Vertikalpass auf Twitter, ich habe immer meine Tabs hier vor mir, hat es auch so geschrieben, kollektive Konfetti-Kotzerei, weil es war, glaube ich, genau der Spruch von Hitzesberger damals, als wir es das letzte Mal auswärts besiegt haben mit dem 5-1, ich glaube, da hat er geschrieben, ich könnte Konfetti kotzen, so glücklich wie er ist oder wie ich bin quasi aus einer Sicht aus, Bock, Bock stark, hinten sicher, vorne eiskalt war die Überschrift beim VfB. Hier muss man auch nochmal einfach ansprechen, dass, ja, Sebastian Hoeneß, so simpel, braucht gar keine Formulierung suchen, einfach nur zwei Wörter, ein Name ist Sebastian Hoeneß. Es ist unglaublich und ich freue mich, ich sage es auch hier immer wieder aufs Neue, aber ich freue mich jetzt schon so dermaßen drauf, in einem Monat und ein paar Tagen, ja, einen Monat und eine Woche quasi, ihn auf dem Zaun zu sehen, weil, wenn er seinen Worten Taten folgen lässt, sage ich mal, vor dem Augsburg-Spiel, ich komme auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben, wir werden was erreicht haben, haben wir ja jetzt schon, ne, Thema Stuttgart international, wir haben was erreicht auf jeden Fall, dann wird gegen Gladbach auf den Zaun kommen und das wird absolut legendär. Wie wir hier aufgetreten sind, macht mich stolz, die Jungs haben das Herz in die Hand genommen, es war heute ein wichtiger Schritt, wir sind aber gut beraten, uns schnell wieder auf das nächste Spiel gegen Frankfurt zu konzentrieren, ist die zusammengefasste Stimme von Hoeneß, gehen wir in Spiemer kurz zurück, wie gesagt, jetzt nicht wieder Ewigkeiten, ihr wisst ja, ne, das Spiel ist ja schon vorbei, haben es auch selber schon besprochen im Stream, im Video dann für euch hochgeladen, ne, die ganzen Geschichten, aber trotzdem nochmal Thema Aufstellung, weil auch hier alles gepostet hat, ne, so eine Aufstellung, wo wir in einem Jahr sagen, wer weiß, wer weiß noch quasi, weil das ist ja Vogelwild, also haben natürlich auch alle komplett unterschiedlich aufgestellt, ne, manche haben ja gesagt, Ito, stiller, wagen, man war es da hinten drin, für mich war das eher eine Viererkette halt, dass du Herr Mittelstädt, Ito, stiller, wagen, man hast, ne, aber egal wie, stiller in der IV, absoluter Vollwahnsinn, absoluter Vollwahnsinn, wenn du da drauf guckst, vor allem Skyler war ja vor dem Spiel, hat das ja keiner gerafft, also keiner von den ganzen Aufstellungen hatte Stiller da, die hatten ja mal einen Wagenmann da hinten drin, einen Karaso hinten drin, aber diesen Aufstellungen von Sky und so weiter und so fort, war nie Stiller in der Innenverteidigung, weil es einfach keiner zugetraut oder keiner geglaubt hat, aber der Mann hat das da hinten gerockt, als Waldemar-Anton-Ersatz, ähm, im Top-Spiel, dritter Platz der Bundesliga, spielt Anschluss stiller, zentraler Innenverteidiger und spielt das bock, bock stark darunter, wirklich, das ist unglaublich, der Typ ist eh so dermaßen geil, fünf Komma, was waren es, fünf Millionen, fünf Komma, fünf Millionen im Sommer, ähm, als Endo-Ersatz quasi, bock, bock stark, Hoeneß auch einfach ganz gut gesagt, ja, haben wir so gemacht, weil wir es schon mal gemacht haben, ne, ist ja wieder die Connection, Bayern 2 war es, glaube ich, wo er es schon mal gespielt hat und der ist natürlich auch einfach Weltklasse, wenn du solche Leute bei dir hast, die der Trainer halt kennt, der Trainer auch für sich quasi irgendwo geholt hat, sag ich mal, überragendes Spiel gemacht, sehr früh gelbe Karte, hatte ich auch schon ein bisschen Angst bekommen im Stream, aber da hat das so eiskalt runtergespielt, Stiller in der Innenverteidigung, das heißt, wir haben da noch mehr Optionen, weil wir haben überlegt, was machst du, Stärtschuh, Stenzel, Karaso hinten rein, ja, wir haben noch eine weitere Option, die kein Mensch gesehen hatte eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hat das ja kein Mensch so erwartet oder überhaupt irgendwie mal prognostiziert, Anschluss Stiller, IV, brutal, Leveling auch, Top-Leistung, wurde auch bei uns beim VfB der Man of the Match Spieler des Spiels, beste Leistung im VfB-Trikot, 100 Prozent, hat er selber gesagt, hat auch Wohlgemut gesagt, ja, Tor vorbereitet, immer wieder aktiv gewesen, wirklich ein bockstarkes Spiel von Leveling und generell einfach, die Jungs haben sich reingeschmissen, die Jungs waren immer da, die Jungs waren immer wach, ich denke, Dortmund hätte auch wirklich einen Punkt mitnehmen können, das wäre verdient gewesen am Ende des Tages, weil man die Chance nicht macht, dann ist eben am Ende des Tages so, hatten wir jetzt auch schon oft genug oder in den letzten Saisons vor allem oft genug, dass wir eigentlich uns mehr verdient hätten, aber halt einfach die Tore nicht gemacht haben, so war es jetzt bei Dortmund, der riesen Schotterbeck-Fail da, das Ding übers Tor zu jagen, Adeyemi, der an Nübel scheitert, wo Nübel richtig stark war, wir aber ja auch nochmal, hätten auch das 2-0 machen können, nach Spielzeit mit Gerasi, also von dem her kann man schon sagen, also das heißt unverdient, aber vom gesamten Spiel kann man bestimmt irgendwo sagen, jo, unverdient, das war eher ein Unentschieden, aber ich finde, wir können es immer noch verkaufen und immer noch so sehen, dass wir genug getan haben, um dann eben in Dortmund auch auf die Art und Weise, ich sag mal, für uns, aus unserer Sicht verdient zu gewinnen, so sag ich mal, auch die ganzen Geschichten mit Zeitspielen und bla bla bla, finde ich irgendwie ein bisschen albern, das gibt es ja immer, bei jedem Spiel gibt es irgendwo Zeitspiel, wenn irgendeine Mannschaft führt und die andere Druck macht, wenn wäre es jetzt bei uns, klar, ist ja eben aus unserer VfB-Fanbrille, aber wenn wäre es jetzt bei uns auch nicht aufgefallen, dass wir irgendwie besonders viel oder besonders schlimm Zeitspiel übertrieben hätten, also auch ein bisschen übertrieben, einige, einige Dortmund-Fans auch sehr salzig gewesen nach dem Spiel, sehr, sehr salty gewesen, das war schon teilweise sehr unangenehm auf Twitter und so weiter, ich meine, das sind auch nur Einzelfälle, es gab auch genug BVB-Fans, die nicht so drauf sind, logischerweise, aber da waren auch schon wieder ein paar nervige Tage auf Twitter, weil man da was, weiß ich, in die Timeline gespielt bekommen hat, auf jeden Fall aber noch ein geiles Bild von Gerasi im Spielertunnel, so ein bisschen auch das nachgestellt, was die BVB-Spieler gemacht haben, wirklich gefühlt fünf Leute oder sowas mit diesen ganzen Bildern, mit dem Bayern-Wappen im Spielertunnel nach diesem einen Sieg da in München seit zehn Jahren oder fast zehn Jahren hat der VfB auch sowas gemacht mit dem Gerasi-Bild im Spielertunnel von BVB, geht auch sehr, sehr hart das Bild, Gerasi eh, ne, hat das Ding da gemacht, eiskalt gemacht, so, wenn du ihn brauchst, dann ist er halt da, wenn man jetzt 24 Saisortore gemacht hat, Rekord eingestellt von Gomez 2008, 2009, das ist einfach brutal, auch einfach so eine unsagbar geile Geste, hab ich erst nach dem Spielsrichtig gesehen mit den Fotos und sowas, dann macht er den Torero, macht er einfach den Gomez-Torero, ich meine, klar, der würde es irgendwie im Kopf gehabt haben, man hat sich das wohl echt fest vorgenommen, ey, wenn ich meine nächste Hütte mache, dann sind es ja 24, dann stehe ich ja gleich mit Gomez, dann mache ich den Torero, absolut geil, eben auch diese Würdigung für Gomez, wie gesagt, kommt mir, also Gomez, sag ich jetzt in dem Fall, kommt mir generell so ein bisschen zu schlecht weg, finde ich, in der Betrachtung von vielen, eben dieses bisschen Chancentotmäßige bei der, was waren das, EM 2008, war das 2008? Ich glaube schon, also von dem her, oder zu 12, eins von den beiden, ich glaube, es war zu 12, zu 8, eins von den beiden, da, ja, Gomez ist einfach ein absoluter Weltstürmer gewesen, ist einfach so. Gomez war ein brutaler Stürmer, auch einer der besten deutschen Stürmer, also von dem her, also da kommt mir teilweise auch zu schlecht weg, deswegen fand ich diese Würdigung dann auch für Gerasi so absolut geiles zu sehen, mit seinem Torero-Jubel, hat auch auf Twitter nochmal geschrieben, eben Gerasi auf Twitter, dass er sehr, sehr stolz ist, mit einer Legende wie Gomez gleichzuziehen, und jetzt eben auch mit dem Zusatz, bleibt nur noch übrig, dass ich das Ding jetzt noch übernehme, dass ich den Wert noch übertreffe, ich meine, wir haben noch sechs Spiele, da wird noch mindestens ein Tor vom Laster fallen, sag ich mal, und dann ist Gerasi der Stürmer beim VfB Stuttgart, in der gesamten Vereinshistorie der Bundesliga, die meisten Treffer in einer Saison erzielt hat, auch absolut krank, vor allem eben auch mit dem Wissen, dass der Mann ja ein paar Spiele weg war, also das ist brutal, brutal, kommen ja auch nachher in den Daten nochmal drauf, zu seinem insgesamten Wert, sag ich mal, beim VfB, Stimmung muss ich noch ansprechen, 100 Pro, Dortmund hat am Anfang ordentlich gezündet, also generell, also das ganze Stadion mäßig, zuerst die fette Choreo, 50 Jahre, das ganze Stadion schwarz-gelb, das sah schon sehr, sehr geil aus, später auch mit Pyro gezündet, glaube ich, zum Anfang der zweiten Halbzeit müsste es gewesen sein, also die haben in der Hinsicht abgeliefert, vor dem Spiel war es auch sau laut, wir haben Streamer das mitbekommen, da war ich auch schon beeindruckt, und dachte, wow, okay, heute könnte vielleicht was gehen, weil das ist ja schon so ein bisschen bekannt, ich glaube, das sehen auch die Dortmund-Fans oder die viele Dortmund-Fans mittlerweile ein, dass da schon ein bisschen auch Stimmungsprobleme herrschen, in Sachen, ne, ihre krasse gelbe Wand da, ist auch nicht mehr so krass wie vor ein paar Jahren, Mitmachquote nicht so hoch, auch beim VfB immer wieder ein Thema, wobei das, glaube ich, bei uns jetzt noch nicht in dem Sinn schon sein kann, im Sinne von, die Fans sind satt oder irgendwas vom Erfolg, also das ist noch nicht so ausgeprägt wie bei den Bayern oder jetzt eben vielleicht sogar auch schon bei Dortmund, diese Thematik, dann über das Spiel hinaus, also ich habe es in der Fernsehübertragung gesagt, der VfB klingt hier deutlich lauter, haben ja auch Leute im Stream zugestimmt, die BVB-Fans sind, Danka wurde auch noch von vor Ort berichtet aus Dortmund, und dass der VfB da lauter ist, also das war brutal, VfB hat da abgerissen mit, das ist halt auch wieder so die Frage, egal wo du guckst, 8, 8,5, 9.000 Auswärtsfans in Dortmund, waren ja auch wirklich auffällig viele VfB-Fans in Dortmund-Blöcken verteilt übers ganze Stadion, also wirklich eine bockstarke Leistung dort, wurde ja auch gelobt vom Lorder Matthäus, da sind sie, die Schwaben, auch nochmal aufgenommen worden, das Ding in, Gott, wie heißt das jetzt hier nochmal? Glanzparade, genau, bei der Glanzparade von Buschi, Wolf, Fuß und so aufgenommen worden, dass der VfB auch einfach geile Fans hat, dass es einfach Spaß macht mit dem VfB, die Topspiele und sowas zu begleiten, was sie immer machen, Samstagabends, jetzt ja am Samstag auch wieder, Matthäus auch, das ist in diesem Stadion sehr selten, dass sie ausschließlich Musik machen, einfach, einfach, einfach geil, wirklich, das war bockstark, selbst am TV bockstark, wir haben wirklich auf jeden Fall mit die besten Fans in Deutschland, finde es immer schwer zu sagen, die besten Fans, ist ja auch immer noch irgendwo, ne, Fanbrillen-mäßig, aber auf jeden Fall mit die besten Fans in Deutschland, aber zu 100 Prozent und was man da noch sagen muss zu Dortmund, auch sehr interessant und irgendwie auch, finde ich tatsächlich, ein bisschen hat auch eine Wirkung, ich meine, ich bin da nicht so tief drin in diesen ganzen, ja, wie, welche Ultras mögen sich, welche Ultras mögen sich nicht, aber scheinbar gibt es ja so ein bisschen schon immer wieder Beef zwischen BVB-Ultras und VfB-Ultras, also ich glaube, da ist zumindest nichts, was in Richtung Fanfreundschaft geht, eher das Gegenteil und trotzdem gab es sogar ein Banner beim BVB, habe ich auf Twitter gesehen danach, mit VfB-Führung stets zu eurem Wort, also das ist auch krass, das heißt auch diese, ja, diese Wirkung oder das, was beim VfB gerade passiert, wie gesagt, ich schließe es ja hier gerade ein bisschen aus, auch, werde heute auch nicht groß darauf eingehen, außer eben auf eine Meldung in diesem Kontext von, ja, Aufsichtsrat und dies und das, hatte ich, habe ich gesagt, ein langes Video dazu gemacht, ich sammle da auch weiter die ganzen Berichte und sowas, die ich da so finde, packt mir in die Liste, vielleicht bringt es dann irgendwann wieder auf einen Schlag runtergebrochen, aber jetzt eben, jetzt gerade, finde ich, kann man es auch ein bisschen außen vor lassen, weil das Thema mehr oder minder ruht gerade, bis eben auf diese eine Thematik, die nachher noch kommt, aber da, dass wirklich dann, das auch so eine Wirkung hat, da in Richtung BVB-Fans, dass die sich gerade zu Wort melden, also eben andere Fans, die zu Wort melden, für den VfB quasi oder für die Belange der VfB-Fans, ist dann schon auch auf jeden Fall bemerkenswert und, ja, wie gesagt, Lothar weiter liefert ab, habe ich hier noch mit dabei in meinen Notizen, hat bei Sky wieder abgeliefert, ich finde das komplett endgeil, Lothar Matthäus bei diesen Topspielen, geiler Typ, geiler Experte, immer frei raus, total geil, hat eben auch gesagt, hat quasi in der Übertragung noch mündlich dem guten Herrn Tuchel gekündigt, gefeuert, war jetzt natürlich ein bisschen besser, nach dem 2-2 bei Arsenal, aber nach dem 3-2-Nichtlage in Heidenheim, war das schon ziemlich wild, hat uns zu Platz 2 gratuliert, weil gerade sind wir punktgleich mit den Bayern, 60 Punkte auf Platz 3, noch schlechteres Torverhältnis, Lothar hat auch gesagt, dass wir ein einfaches Heimspiel noch haben gegen die Bayern, also da wieder Sprüche rausgekloppt, absolut geil, ihr habt es ja auch gesehen, auch wieder geschwelgt und einfach, ja, komplett die Freude rausgelassen, nochmal auf Insta und so Geschichten mit den Insta-Stories zur Tabelle und so weiter und so fort, weil was ist das für eine Tabelle, Junge, wir sind 60 Punkte, stehen wir da, punktgleich mit den Bayern, können sogar noch Zweiter werden, das ist komplett gestört, wir weiterhin lockern natürlich die beste Saison aller Zeiten, ich glaube, wir sind gerade 7 Punkte oder 8 Punkte vor der Meistersaison vom 2006, 2007, nach eben jetzt den 28 Spielen, was auch absolut vogelwild ist und ja, es geht eben auf die Reise, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, wird auch gleich der nächste Punkt noch sein und auch nochmal zum Spiel, klar, wie gesagt, Dortmund hätten wir Unentschieden holen können, wäre verdient gewesen, aber um es da mal auf die gesamte Saison zu sehen, ist es glaube ich verdienter, dass wir dann halt hier mal, ja, ich sag mal, überperformen in Sachen Ergebnis, vielleicht einen Sieg holen, eben 3 Punkte, statt nur 1 Punkt, weil auch da Expected Points und sowas, die ganzen Tabellen, so erwartbare Punkte und sowas, da ist einfach Dortmund in dem Vergleich, die Mannschaft, also im Vergleich VfB Dortmund, die überperformt, also die sind ein paar, die haben ein paar Punkte mehr geholt, die sind quasi genau auf Null, die sind genau da, aber um hingehören, nach diesen Daten eben, kann jeder für sich bewerten, wie wichtig er die hält, ich finde es zumindest mal mindestens interessant, wird es auch nicht als wichtig sehen oder wie auch immer, aber schon auf jeden Fall mindestens mal interessant, deswegen ist es da auch mal fair, dass wir vielleicht auch mal irgendwo einen Sieg holen, wo eher ein Unschied vielleicht drin gewesen wäre, nach den ganzen, ja, Werten und so weiter und so fort, wieder kommen wir gleich noch zu den Statistiken auch, aber zum Abschluss auch das nochmal, weil mir das auch immer wichtig ist, es gab eben doch auch keinen Grund für Negativität nach diesem 3-3 gegen Heidenheim, ich habe es glaube auch nicht in einer Silbe irgendwie mal negativ oder zu negativ angesprochen als Heidenheim-Spiel, weil genau das auch, weil man sich das ja bewusst sein kann beim VfB mittlerweile, diese Schwarzmalerei und sowas, das bringt nichts, das bringt nichts, das hat schon nach Dortmund, nach Bochum nichts gebracht, nach Gladbach nichts gebracht, nach dieser Phase mit Heidenheim und Hoffenheim in der Hinrunde, wofür, wofür, also weißt du, vor allem in der Saison jetzt, warum soll ich ja nicht manche vor allem mal in Grund und Boden reden, nach einem 3-3 gegen Heidenheim, wo du jetzt halt ein bisschen dämlich dann 2-0 verspielt hast, aber eben trotzdem noch, ja, einfach Psyche gezeigt hast, Mentalität gezeigt hast, mit dem 3-3 dann kurz vor Schluss oder quasi mit dem Schluss, deswegen auch hier nochmal wichtig anzusprechen, es gab keinen Grund für Negativität nach Heidenheim und auch das ist nochmal richtig geil, die Bestätigung eben nach so einem 3-3, wo schon, auch das nur Einzelfälle, die meisten sehen es ja in Anführungszeichen normal, sag ich mal, aber auch für die, für die paar Einzelfälle, sag ich mal, auch das eine geile Reaktion in Dortmund 1-0 zu gewinnen, nach dem 3-3 gegen Heidenheim, zu Null, auch noch ohne Anton, wie gesagt, Schiller schon vorhin angesprochen, zu Null ohne Anton, auch absolut bockstark und dann leiten wir damit mit diesen zu Null und so Geschichten in die Daten weiter, auch da wie immer der klassische Vorlauf hier von mir, Port Cannstatt, Donnerstag 16 Uhr, schon online, gerne hören, wer es noch nicht getan hat, hier wie immer eben auch die Daten, die ich auch da präsentieren darf in meinen Einspielern und auch hier wie immer alle Daten beim Port Cannstatt, hier ausgewählte, ja, die ich mir rausgesucht habe, sind natürlich schon die meisten, aber ein paar davon gibt es eben nur in Port Cannstatt, so, 1-0 gewonnen, wie gesagt, Thema, Thema, Thema ohne Gegentor, leiten wir direkt weiter, Nübel, bleibt der Keeper Nummer 2 in der Bundesliga, was die Weißen Westen angeht, neunmal zu Null gespielt in der Saison, Nummer 1 logischerweise Radetzky, Leverkusen, 2,13 zu 1,62 Expected Goals am Ende, wie gesagt, Dortmund hätte den Punkt schon verdient gehabt, 7 zu 2 Schüsse aufs Tor, laut der Bundesliga pro Dortmund logischerweise, 47% Ballbesitz hat man nur, das ist der zweitniedrigste Ballbesitz in dieser Saison bei uns, nur in Leipzig beim 5-1 hat man noch 1% weniger, also 46%, wie gesagt, ich mache es ja immer tabellarisch und trage es wirklich ein und liste das und so Geschichten und wirklich zweitschlechtester Ballbesitzwert in 28 Spielen ist schon durchaus eine Aussage und noch eine lustige, kuriose Statistik, wie ich finde, wir haben, Dortmund hat 488 Pässe gespielt, 488, wir haben 510 Pässe gespielt, also Werte, die durchaus nah beieinander sind eigentlich und das Witzige ist dabei eben, wenn man das auch wieder listet in Werte von uns, Werte von Gegnern, von VfB-Gegnern in der kompletten Saison, ist es einerseits der sechstniedrigste Wert bei uns, die 510 Pässe und bei den VfB-Gegnern ist es der 5. höchste Wert, wo der Wert eigentlich nah beieinander ist, einmal hoch, einmal tief, zeigt auch nochmal, wie passbasiert das ganze Ding hier ist, wie viele Pässe wir immer wieder runter rocken und eben auf der anderen Seite, wie wenig die anderen zum Zug kommen, wie wenig Pässe die andere, die VfB-Gegner normalerweise spielen dürfen. Wie hat Guerrecy, 24 Tore, Rekord, Torero, auch das alles angesprochen und auch da fand ich ganz witzig, aber auch, hatte ich auch im Kopf auch nochmal angesprochen, Thema Gomez, auch schon die, ja, Meistersaison angesprochen, die wir überbieten von der Punktzahl nach 28 Spielen, da gab es auch einen schönen Throwback quasi, weil auch in der Saison, 26-27, hat der VfB 1-0 in Dortmund gewonnen, entscheidender Torschütze, Mario Gomez, auch da irgendwie nochmal so ein bisschen der Handshake, Guerrecy 1-0 in Dortmund, Gomez 1-0 in Dortmund und eben auch überholt, hat er ihn einmal für VfB-Legende Gomez wurde überholt von Guerrecy bei den Führungstreffern, hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen, jetzt ist es nicht nur egalisiert, sondern eben überholt, neunmal hat Guerrecy schon die Saison zur 1-0 Führung getroffen, das ist eben auch Vereinsrekord beim VfB in der Historie, in einer Bundesliga-Saison eben, das auch vorhin angesprochen, seine Quote, wenn ich mich nicht verschaut habe, hat er in 44 Spielen in der Bundesliga 35 Tore erzielt, das ist absolut gestört, was Seru da vorne macht, auch geil jetzt wieder, auch das wieder Vereinsrekord in Sachen Auswärtssiegen, auch das muss man ja sagen, wir hatten ja diese Phase der letzte Saison oder vorletzte Saison irgendwie quasi überlaufend, wo wir glaube ich ein Jahr lang oder fast sogar mehr als ein Jahr lang ja auswärts nicht einmal gewonnen hatten und jetzt haben wir gerade fünf Auswärtssiege in Folge geholt, fünf Auswärtssiege am Stück geholt und das ist Bundesliga-Rekord, das haben wir bisher noch nicht geschafft in der Bundesliga, das neue Vereinsrekord wie gesagt, 60 Punkte nach 28 Spieltagen besser als die meiste Saison aber eben auch besser als die letzte Saison mit 60 Punkten letzte Saison nach 28 Spieltagen wären wir Tabellenführer gewesen also wie gesagt auch das schon mal angesprochen ist vielleicht das Einzige was ein bisschen weh tut auch mit diesem knappen Ausscheiden da im Pokal dass du eben so eine gestörte Saison ich sag mal in Anführungszeichen nur mit einer Qualifikation für irgendwas belohnen kannst natürlich ist Champions League komplett gestört das will ich jetzt damit gar nicht meinen aber eben in dem Sinne von dass du halt nicht mit irgendwas ausgezeichnet wirst du kriegst keinen Pokal Meisterschaft und so geht trotzdem nicht obwohl du letztes Jahr nach den Spieltagen sogar Tabellenführer gewesen wärst aber Leverkusen spielt einfach eine absolute Freak-Saison einfach was vielleicht geht da kann man noch ein bisschen drauf lauern vielleicht ist dieser Supercup da ich glaube wenn Leverkusen das Ding gewinnt also den Pokal gewinnt und wir eben Zweiter werden das wäre auch die Voraussetzung dafür dann würden wir gegen Leverkusen spielen diesen Supercup da immer vor der nächsten Saison das wäre ein Pokal mal gucken wie die Saison noch läuft ob wir da vielleicht sogar wirklich in diese Partie noch reinkommen und auch ganz witzig ja Dortmund hat wieder keine Punkte geholt aber einen Rekord haben sie mit uns aufgestellt war das 364. Tor das in Liga-Duellen gegen Dortmund in absoluten Traditionsduellen auch gefallen ist und 364 Tore so viele fielen in keiner anderen Partie in der Bundesliga in Summe Rekordpartie in der Bundesliga-Historie Dortmund gegen Stuttgart und damit gehen wir auch weiter in Stuttgart International das wäre der nächste Punkt der direkt übergeht aus dem Dortmund-Spiel hinaus weil wie gesagt schon gesagt 60 Punkte haben wir Europa ist damit durch 18 Punkte sind noch zu vergeben die haben wir gerade genau Abstand auf Platz 6 auf Frankfurt dazu eben auch 23 Tore Vorsprung Europa ist sicher Europa League ist auch sicher damit eigentlich und auch auf Leipzig-Dortmund deswegen war es auch gegen Dortmund direkt das Duell so ein absoluter Big Win so ein richtig großes richtig großes Ding in Dortmund zu gewinnen sieben Punkte auf Leipzig die sogar Vierter sind wegen Torverhältnis und eben auch sieben Punkte auf Dortmund auf der 5 die spielen auch noch gegeneinander also die haben auch noch ordentliche Restprogramme vor sich wird auf jeden Fall sehr sehr spannend dieses Platz 4, Platz 5 Ding wenn wir uns jetzt mal da schon ein bisschen abheben von sag ich mal dass wir auf Platz 3 bleiben und eher um Platz 2 noch mit reden statt um Platz 4 und 5 erstmals seit 11 Jahren erstmals seit 11 Jahren wird es nach Europa gehen weil eben damals war es ja Europa League jetzt eben dann wäre es noch ein höherer Wert seit 14 Jahren wenn es in die Champions League geht das war 2010 das Barca Spiel und sowas ist natürlich alles noch im Kopf auch ein geiler Banner jetzt gesehen dann in Dortmund ein Stücker International Banner nach all der Scheiße jetzt auf die Reise sehr sehr geil mit der Champions League Trophäe und sowas sehr sehr geiler Banner was ich auch ganz witzig fand die Bundesliga also der englische Kanal der offizielle Kanal hat auch den Fangsang auf die mitgenommen und den übersetzt und übersetzt das einfach mit after all this crap we're off on the trip das klingt einfach das klingt viel zu harmlos für nach all der Scheiße jetzt auf die Reise auch wie es immer mit Inbrunst rausgebrüllt wird da klingt irgendwie keine Ahnung after all this crap we're off on the trip das klingt irgendwie bisschen bisschen zu harmlos auch European Cup das Ganze natürlich auch also da merkst du die Übersetzung funktioniert einfach nicht gescheit hättest auch sagen können mein Crap stimmt natürlich schon auch so in der Übersetzung aber irgendwie keine Ahnung da wäre ja irgendwie Shit die bessere bessere Vokabel eigentlich aber auf jeden Fall witzig dass sie trotzdem unseren Fangsang jetzt sogar mal übersetzt haben für alle anderen auch geile Banner war holt euch den Pokal Stuttgart und Lauter und International weil die natürlich im Pokalfeinale spielen und es wäre mir auch lieber sage ich wie es ist also wäre mir auch der Supercup dann egal den wir möglicherweise spielen würden gegen Leverkusen wenn viel zusammenläuft aber wenn Lauter den Pokal holt gegen Leverkusen wäre das ja so absolut endgeil auch eine Trophäe weniger für Leverkusen würde ich absolut feiern aber die Chancen stehen ja dermaßen schlecht für Lauter und da was zu holen im Pokalfinale aber wir werden es beobachten natürlich auch wieder was immer hochkam natürlich ist Martin Harnik kann man nur besoffen sehen der absolute Klassiker kennt man kommt immer wieder hoch geiler Clip auf jeden Fall ich hoffe fast dass sie den nachstellen mit den Spielern ich meine kann es ja machen wäre das so eine unglaublich sympathische Truppe da stelle dann und darf hin oder irgendwen und stelle das Video nach da in der Kurve könnt ihr mir fast vorstellen dass das auch echt realistisch ist dass sie das nachstellen mal gucken was sie generell machen rund um letzter Spieltag rund um das wenn es eben dann offiziell ist dass sie VfB Champions League spielen so Geschichten bin sehr gespannt was sie da so drumherum machen noch da wieder Thema Fans und so ein kleiner Teaser natürlich ich habe es eh mitbekommen aber ich mache es hier für mein Video als kleinen Teaser quasi für Nübe später der hat auch gesagt ich glaube Champions League mit Stuttgart mit den Fans macht schon richtig Bock da wird er recht behalten weil das wird absolut gestört werden diese Sehnsucht hier ist ja so dermaßen groß und ich habe es ja auch schon oft angesprochen wir müssen die jetzt auch nicht immer so als Benchmark oder whatever da hinheben dann gibt es ja auch diese Running Gags auf Twitter vor allem nach dem Motto was alles Frankfurt Fans erfunden haben und sowas auch immer wieder witzig haben sich auch keinen Gefallen damit getan dass sich ja manche so dermaßen krank glorifizieren aber natürlich es war komplett gestört was Frankfurt da in der Europa League Champions League und so weiter abgeliefert haben immer wieder mit den Choreos natürlich auch der Europa League Sieg komplett gestört war der auch mit mit Ehrenbruder Benni beim Public Viewing sogar in Frankfurt fürs Finale dann alles komplett gestört also das will ich gar nicht wegreden aber auf so ein Level werden wir kommen denke ich hoffe ich glaube ich dran das wird komplett gestört Champions League Fußball oder aktuell noch von mir aus auch möglicherweise Europa League Fußball aber Champions League hat sich schon ein bisschen reingebrannt natürlich auch das Thema dass du jetzt eben an 27 der 28 Spieltage ja schlechtesten falls auf Platz 4 warst also eben 27 von 28 Spieltage hattest du einen Champions League Platz inne dann wirst du die auch holen wollen würden auch die Spieler natürlich nicht es ist nicht so offensiv wie vielleicht wir Fans schon im Kopf haben es wäre auch Quatsch das immer so zu äußern quasi oder wäre unklug sag ich mal das ist ein besseres Wort als bessere Formulierung als Quatsch aber dann darf sie Champions League schon auch werden nach so einer Saison wäre auch hoch verdient wie gesagt auch gerade 7 Punkte Abstand dieses Gefühl Junge irgendwann September wenn es dann anfängt keine Ahnung für mindestens 4 Heimspiele können ja auch noch weiter kommen aber mindestens 4 Heimspiele Neckar Stadion Champions League Hymne es wird ja alles komplett gestört immer wieder ausverkauftes Haus wir hatten ja die absoluten Brecher Stimmung in den letzten Jahren war ja hier zum Beispiel Frankfurt Pokal Halbfinale war gestört Hamburg Relegation war gestört das wird oder das muss für jedes dieser Champions League Spiele mindestens auf diesem Niveau sein und das wird komplett gestört Champions League das wird komplett abartig die Vorfahrt ist jetzt schon riesig auch wenn es natürlich ein Hoeneß schon wieder bremst im Sinne also in seiner Art und Weise bremst 60 Punkte werden nicht reichen ist auch klar also das Thema von weiter da bleiben weiter fokussiert bleiben aber es werden sie auch tun von dem her klar dass so ein Spruch kommt Hoeneß da auch immer sehr besonnen und auch absolut wichtig so dass er eben so besonnen ist aber wir wissen schon auch dass die Reise wohl absolut in diese Richtung gehen könnte und auch da dann nochmal beim Thema Downfall und was weiß ich nicht was es da alles hieß hier Januar rum vor allem eben auch da wieder keine Ahnung BVB Fans Bayern Fans whatever was es da war auf Twitter und so weiter überall Social Media generell Boden der Tatsachen zurück und Pipapo ein Scheiß-Trick ein absoluter Scheiß-Trick deswegen auch da ins eine Uhr rein ins andere Uhr raus das war ja teilweise nicht zu ertragen dieser Neid dann auch in irgendeiner Form dieses nicht gönnen oder wie auch immer aber da ist nichts von Boden der Tatsache 60 Punkte 7 Punkte Abschnitt auf Leipzig Dortmund da ist gar nichts davon auch ein legendärer Tweet natürlich rund um dieses Bayern-Spiel was wir verloren haben in der Hinrunde des 13-0 irgendein Journalist oder wer auch immer Reporter war der das geschrieben hatte dass seine Unterf auch gesagt hatte nach Leverkusen im Pokal dass eben die beiden besten Mannschaften gegeneinander gespielt haben dann gesagt ja guck mal die haben doch hier in München verloren die Bayern sind noch 10 Punkte vor dem VfB und blablabla ja nichts da 0 Punkte 0 Punkte also auch der Tweet immer wieder gerne zur Wiedervorlage das tut auf jeden Fall gut und dann darf man auch mal so ein bisschen sticheln auch von unserer Seite aus und ist auch nochmal krank wenn man sich das vor Augen führt das heißt um dieses Pokalspiel von Leverkusen drumherum hatten wir 10 Punkte wir haben 10 Punkte auf die Bayern aufgeholt das ist ja komplett gestört komplett gestört und es stimmt ja auch es ist ja auch einfach ein Fakt dass wir die einzige Mannschaft sind in der Bundesliga die bisher Leverkusen immer die Stirn bieten konnte ein paar müssen es noch bei ein paar sind noch ein paar Spiele ausstehen natürlich haben noch mal eine Chance gegen Leverkusen zu zeigen was sie können aber in der Liga 1-1 mindestens mal hoch verdient in den Pokal musst du eigentlich in eine Verlängerung reingehen das war ein Unentschieden dann eben Last Minute Leverkusen Leverkusen tut Leverkusen Dinge so verdient es auch ist dass sie da stehen aber diese Last Minute Dinger sind schon teilweise sehr sehr frech geworden irgendwann und eben auch bei uns im Pokal so die Bayern haben zu Hause in Unentschieden gespielt was vielleicht ein bisschen glücklich war für Leverkusen dafür im Rückspiel die komplett ja zerstört Leverkusen die Bayern Dortmund hat sich irgendwie zu einem Punkt gebunkert in Leverkusen Gladbach glaubt dasselbe glaubt die haben auch einen Punkt geholt auch zu einem Punkt gebunkert dort wir sind die einzige Mannschaft die ja wirklich immer wieder auf Augenhöhe dabei war und haben ja auch aus vielerlei anderen Fanszenen und so weiter hieß es ja auch immer wieder wie besonders einfach auch dieses Pokalspiel war auf Sachen Niveau wie hoch das war wie gut das war hat ja auch erst wieder Toxie angesprochen auch vor Dortmund im Stream wo ich mit ihm gequatscht habe vor dem Dortmund Spiel auch der hat es nochmal angesprochen nach dem Motto wenn das Fußball war was spielt der BVB dann hat er auch so ein bisschen ja witzig formuliert deswegen auch das nochmal hervorzuheben dass wir da absolut richtig Stimme über sind und auch das nochmal es kommt natürlich nicht so Leverkusen wird Meister auch wahrscheinlich schon am Wochenende Meister aber vor dem 29. Spieltag potenzielle Endplatzierungen denn Leverkusen kann Erster werden Bayern kann Erster werden wir können auch Erster werden rein rechnerisch sonst niemand und dass wir da immer noch in dieser Reihe stehen ist gestört schlechtest möglicher Platz ist Platz 6 und das ist gestört natürlich willst du Champions League haben natürlich willst du dahin natürlich auch nach den Spieltagen und der Saison alles verdient aber selbst wenn es Europa League wäre um das mal so rumzudrehen selbst wenn es Platz 5 wäre Platz 6 wäre das sind ja immer noch 10 Plätze 9 Plätze über Performance in Sachen Erwartungshaltung wir hatten ja oder ich zumindest habe damit gerechnet ey wer hat irgendwie 15 und bleibt drin und keine Relegation und dann sind wir irgendwie schon schon irgendwo zufrieden damit das sind ja jetzt schon 10 Punkte 9 Punkte 10 Plätze 9 Plätze 11 Plätze über Performance das ist oder jetzt gerade ja 12 das ist komplett komplett gestört trotzdem um auch da nochmal reinzugehen in die Kerbe ich würde mich schon sehr freuen über Platz 2 Platz 2 wäre schon richtig geil auch eben weil es darum geht ja gegen wen es geht die Bayern noch von der 2 zu schubsen das wäre schon richtig brutal das wäre richtig bockstark und du hast ja noch ein Heimspiel gegen die Bayern natürlich ist überspitzt formuliert von Matthäus wir haben auch ein einfaches Heimspiel gegen die Bayern aber wenn nicht diese Saison wann solltest du sonst mal die Bayern schlagen klar das hieß es auch schon vor dem Hinspiel da haben wir dann ziemlich ordentlich verloren und auch hochverdient verloren in München alles in Ordnung aber es ist eben nochmal ein Heimspiel Heimspiel gegen die Bayern da gehe ich schon echt mit ordentlich Optimismus und ich sag mal in der Hoffnung oder Erwartung oder wie auch immer schon durchaus offensiv in das Spiel und machen wir hier noch kurz ein bisschen Tabellenrechner sag ich mal ein bisschen prognosemäßig Frankfurt kann ich schon mal vorweggreifen für später bin ich schon optimistisch dass wir da gewinnen können in Bremen Bremen irgendwie für mich auch abgestempelt da ist eklig das wäre nochmal so ein weiteres Zeichen wenn man da auch noch gewinnen würde so wie auch bei Union zum Beispiel immer eklig eigentlich da mal auch für die Rechnung um auch nicht komplett zu übertreiben einen Punkt genommen auch Leverkusen habe ich einmal mal eine Niederlage drin oder halt ein Punkt Sieg war natürlich ein absoluter Volltraum den da dieses ungeschlagene Invincible Ding wegzunehmen wäre ein absoluter Traum ich würde es lieben aber erstmal natürlich realistisch auch gegen die Bayern auch mindestens einen Punkt da könnte ich eigentlich auch fast auf einen Sieg gehen aber mindestens einen Punkt in Augsburg auch mindestens einen Punkt kannst du auch gewinnen gegen Gladbach muss dann Sieg werden letzter Spieltag und damit wenn ich mich nicht verrechne sind das dann irgendwann am Ende des Tages 9 bis 13 Punkte noch aus den 6 Spielen das heißt 69 bis 73 Punkte das muss reichen für die Champions League das reicht locker für die Champions League das hat schon für Meisterschaften gereicht von dem her dazu das ja auch nie vergessen Dortmund gegen Leipzig noch direkt das Duell Dortmund noch gegen Leverkusen die haben auch noch ein Restprogramm wir glaube ich verhältnismäßig noch ein bisschen eine schwerere aber die haben auch noch ein Restprogramm vor sich die müssen erstmal 7 Punkte aufholen in 6 Spielen das will ich erstmal sehen deswegen bin ich schon sehr positiv dass es die Champions League wird um das nochmal abzurinden und wenn es die Champions League eben wird dann würde auch die VfB U19 kommende Saison international spielen in der Juve League auch das könnte sehr interessant werden ich glaube auch schon mal irgendwann angesprochen vor längerem her auch in Verbindung mit Mainz glaube ich die ja einen sehr sehr langen Run hatten einen sehr langen Lauf hatten in der Conference League perfekt in der Juve League natürlich also auch da könnte man vielleicht hier und da was abreißen vielleicht auch hier und da mal ein paar mehr Zuschauer hinbringen an die U19 das wäre auf jeden Fall auch sehr sehr geil auch sehr sehr geil für die sich da zu messen dieser Juve League muss ja auch was absolut Besonderes sein und so ein Abschluss von dem Thema vom Dortmund Spiel plus eben nach all der Scheiße jetzt auf die Reise in die Thematik weil vielleicht geht es ja noch um diesen Platz 5 das hat man auch schon ein paar Mal angesprochen Champions League dass er Platz 5 vielleicht auch noch zählen könnte da wurde es ein bisschen ein bisschen Schritte gemacht durch die Woche jetzt eben Bayern einen Punkt Leverkusen gewonnen gegen West Ham und so Geschichten deswegen sind wir gerade da auch wieder auf Platz 2 tatsächlich natürlich alles dermaßen eng knapp vor England aber vielleicht sogar je nachdem wie sie weiterhin abschließen Stand jetzt zum Beispiel hätte sogar Deutschland diesen fünften Champions League Platz dann geht es weiter mit den VfB News auch da wieder ich glaube ich habe diesmal echt verhältnismäßig gut hinbekommen zumindest in meinem Kopf da immer wieder ein paar Überleitungen zu haben dass es hier ein bisschen rund wird in Sachen ja Ablauf wir fangen an mit Raimund weil das ist auch eine wilde Nummer der Mann ist einfach im Kader in Dortmund mit dabei und dann einfach am Tag danach stand wieder auf dem Platz sogar getroffen für die VfB und 19 also auch absolut bockstarke Nummer von unserem Eigengewächs das ja auch erst vor kurzem 19 geworden ist nächster ist Christoph Olivier der verlängert ehrlicherweise bin ich jetzt nicht so tief drin aber so wie es klingt so was da drunter stand in so Geschichten wie es aufgenommen wurde ist das wohl echt ein großes Talent bei uns in der Jugend VfB und 19 langfristig verlängert also auf jeden Fall gut Mittelfeldspieler aus Österreich Raoul Paula wurde wieder vor ein paar Tagen aufgekocht das Ding oder nochmal wieder wieder gekaut wie auch immer ja Bild nochmal berichtet dass der vielleicht ja wechseln könnte noch ein paar mehr Verehrer dazugekommen sind Ajax Amsterdam Eindhoven Genua auch Barca wurde ja schon mal genannt das war das ganz große ganz große Headline da damals auch erste zweite Bundesliga und Premier League und so Geschichten da sind wohl einige interessiert mal gucken ob wir den halten können mal gucken wie auch er selber seine Karriere plant sag ich mal kommt natürlich auch auf die Einsatzzeiten an und sowas auch erst vor kurzem glaube ich darüber gesprochen dass er mal getroffen hat bei 20 Nationalmannschaft für Deutschland ist noch bis 2026 gebunden bei uns deswegen mal gucken bis im Sommer aussieht beziehungsweise ob eben bis in Sommer und im Sommer dann noch mehr Konkretes rauskommt noch mehr News zu ihm kommen dann gehen wir so ein bisschen zu Ex-VfB-Spielen und auch so ein bisschen ins Ausland dann eben das erste wäre Nicolas González da hat wohl Pride ein Interesse wie gesagt auch das nur eine Quelle hier bisher auch immer schwer zu bewerten wie gut die Journalisten da sind die das vermelden eben auf Twitter und sowas da sagt ja auch ein blauer Haken dann oft nichts aus sag ich mal von dem her aber fand ich interessant auf jeden Fall weil wenn der zu Brighton geht ist natürlich nicht eins zu eins die Position aber vielleicht lässt sich dann da ein bisschen was machen hat auch hier einen VfB-Fan habe ich gesehen auf Twitter mal in den Raum gestellt quasi wenn da was dran wäre vielleicht kannst du da ein bisschen was wuppen dann auch in Sachen Undaff nach dem Motto ey kriegst Undaff vielleicht einen Tacken günstiger dafür will der VfB eben seine Weiterverkaufsbeteiligung nicht die wir wohl haben bei González die wir eingerichtet haben wenn er von Florenz irgendwo wechselt kriegt man ein paar Prozente davon ab vielleicht kann es auch da ein bisschen was dribbeln im Sinne von jo wollen wir halt nicht dafür halt unter vielleicht ein zwei Millionen billiger oder hier und da irgendwo ja einfach für uns entgegenkommen wenn wir denen entgegenkommen in der Klausel sag ich mal die wir da nicht wollen würden das nur so als Beispiel wie man da an den Verhandlungstisch gehen könnte mal gucken ob da noch mehr passiert Pavlides ist der nächste der auch immer wieder Dauergast ist da gab es auch wieder neue Meldungen aus Griechenland genau da auch wieder schwierig das zu bewerten in welcher Form das seriös ist oder nicht aber nur das weiterhin an dem sind wir aber wirklich wirklich dran hier heißt es was von 13 Millionen Angebot für ihn so ein Ding läuft ja nie im Leben mit da glaube ich jetzt nicht so ganz dran heißt auch hier dass Alkma wohl eher ja 20 will vielleicht ein bisschen mehr als das deswegen die Summe 13 Millionen und wie auch immer das Gerücht dass wir jetzt gerade ein Angebot gemacht hätten würde ich nicht an die höchste Glocke hängen aber eben deswegen wird reingenommen Pavlides wäre wohl tatsächlich ein sehr sehr heißer Kandidat und bleibt eben ein heißer Kandidat für den Sommer falls dann eben zum Beispiel ein Gerasi wechselt das wäre ja vor allem der Wechsel und da hoffe ich ja weiterhin sehr darauf dass er einfach bleibt der nächste ist dann Mislintat den ich auch schon mal angesprochen hatte zum Thema Dortmund wo er vermutlich wieder hinzieht zu seinem Ex-Verein aber auch hier nochmal aus Holland aus Niederlande kam jetzt auch wieder eine Meldung dass ja wohl diese ganzen Verstöße und so Geschichten die ihm da vorgeworfen wurden dass da nichts rauskam bei keine justiziablen Verstöße bei seinen Transfers für Ajax nachgewiesen durch einen externen Prüfer auch und so Geschichten gab dann ein Statement oder Bericht eben da dazu rauskam und das ist durchaus auch interessant wie gesagt da springe ich auch gerne ein bisschen dazu ein bisschen zur Seite doof gesagt ich mag den weiterhin fand es weiter oder find es weiter in Schall dass er nicht mehr bei uns ist oder dass er damals gegangen ist jetzt ist er eh dann viel zu lang Zeit hin wohlgemutmacht einen super Job und sowas aber in dem Sinne fand ich das damals mindestens mal damals Schall dass er nicht beim VfB ist nicht beim VfB geblieben ist da so ein bisschen ja ich sag mal doch schon auch so ein bisschen auch aus meiner Sicht sag ich mal rausgeekelt wurde wie gesagt ist auch lange her das Thema haben wir auch da besprochen gehabt aber auf jeden Fall das Wichtige hier aus der neuen News da gab es nichts nachgewiesenes also auch da auch bei Ajax wurde da schon so ein bisschen Schindluder getrieben scheinbar weil die ganze Thematik dass er da gefühlt von Beginn an keinen wirklichen Rückhalt hatte dass er immer schon sehr auf ich sag mal holländischen oder zumindest auf jeden Fall auch auf Ajax-Legenden ja da gucken dass der Ajax-Legenden im Verein sind das eben bis hin nicht war auch quasi der Einzige war der das nicht war hat er da wohl nie wirklich Lobby klar der Anfang war auch nicht so nicht so gut bei Ajax auch die Saison wird am Ende nicht gut sein bei Ajax aber mittlerweile tragen ja schon einige Transfers dann doch auch Früchte bei uns muss ich ja auch sagen dass er immer noch ich habe das nicht genau im Kopf durchgesetzt aber sechs sieben Leute immer wieder in Startelf bei uns die Ärger holt logischerweise also auch er hat den Grundstein gelegt für den Erfolg den wir jetzt haben eben bei den Misslintat und bei seinen Transfers bei seinem System sag ich mal dauert es halt meistens ein bisschen manche Klubs geben die Zeit auch im Sinne von geben eben die Zeit dass er eben auch die Zeit mitbekommt die die Jungs dann eben brauchen um sich zu entwickeln zum Beispiel jetzt auch ein Führig ein Million whatever das ja auch zwei Jahre zweieinhalb Jahre sowas gedauert da immer wieder aber irgendwann klappt das eben meistens auch er ist nicht perfekt auch er hat nicht jeden Transfer perfekt getroffen aber wirkt bei uns das schon oft angesprochen kommt er bei mir viel viel besser also viel viel positiver weg als negativer in der Gesamtbetrachtung zu 100% auch eben in der Art und Weise wie er arbeiten musste in Sachen Transferbudgets und Transferüberschüssen immer wieder und Corona und alles schon oft aufgemacht das Thema aber hier jetzt eben mit dem Zusammenhang auch bei Ajax da läuft es jetzt auch wieder ein bisschen besser viele Transfers tragen mittlerweile Früchte und entwickeln sich eben aber da hat er nicht die Chancen bekommen da war er ja sehr schnell wieder raus jetzt bei Dortmund bin ich sehr gespannt was er macht und eben ist das Thema hier es wurde eben nichts Justizapes nachgewiesen in Holland bei uns gab es auch direkt eine Ermittlung oder wie auch immer so ein großes Wort aber auch bei uns war ja recht schnell klar nö bei uns gab es da auch überhaupt nichts zu beanstanden keine Thematiken bei Transfers die er bei uns getätigt hat also auch da wie gesagt vielleicht doch ein bisschen mehr Schindler getrieben worden in Holland als er am Ende rüberkam da war ja schon sehr krass der Sündenbock immer wieder von Ajax sowieso aus in Pressemeldungen und so weiter deswegen auch hier mal angesprochen dass er das vielleicht nicht so unbedingt zu 100% war Armin Fee Armin Fee ist das nächste Thema Kandidat für den VfB Aufsichtsrat das hat der Kicker ganz nett formuliert wenn ich jetzt hier gerade die Stelle finde genau mittlerweile elf Menschen was auch schon sehr groß ist schreiben sie auch und offenbar hält es einen Teil dieser elf Personen für eine gute Idee das Dutzend voll zu machen finde ich irgendwie so eine nette Formulierung vom Kicker auch irgendwie so ein bisschen schon wertend der Satz aber ja Fee Kandidat wir hatten es schon oft genug dass irgendwie mal ein Helden Kandidat ist für irgendwas ein Fee Kandidat ist für irgendwas Schallgeruch Meistertrainer und die ganzen Geschichten da grundsätzlich bin ich dabei dass du vielleicht im Aufsichtsrat ein bisschen mehr Sportkompetenz brauchst Fee ist jetzt schwierig zu bewerten ja ob der für den Aufsichtsrat gut wäre ich glaube für eine offizielle Position nach den letzten Positionen bei ihnen Köln so Geschichten wäre man glaube ich noch ein bisschen unsicherer ob man das wirklich machen möchte auch ein Helden so Geschichten was immer wieder kam der Sportverstand hier und da da waren die Alarmglocken noch mal höher als wenn es jetzt ich sag mal nur um den Sitz im Aufsichtsrat geht aber ja auch das ich sag mal so ohne das groß bewerten zu können aber ich weiß nicht ob ich den Armin Fee nach den letzten Stationen von Armin Fee beim VfB im Aufsichtsrat brauche das kann auch funktionieren wie gesagt Meistertrainer und so das mag man ihm gar nicht abreden Fußballkenntnis auch nicht Schallgeruch dies das aber irgendwie keine Ahnung das wäre schon wieder so ein keine Ahnung 0815 Move da einfach irgendwie einen mit Steiger hoch hinzusetzen deswegen mal gucken was da passiert Kicker hat es gemeldet Kickerinformationen mal gucken ob da noch irgendwie mehr passiert und da sind wir eben bei dem einen Thema das doch auch ein bisschen in diese Kerbe geht wie vorhin angesprochen mit Vereinspolitik und dies das ist eben der Riedmüller Rücktritt hat er jetzt gemacht am 10. April aus allen Organen also Präsidium Aufsichtsrat alles EV AG ist er raus selber auch ein Statement gebracht was eben wieder voll in die Richtung geht also ich sag mal runtergebrochen ja Vogt ist ein Arsch und ich hab keinen Bock mehr drauf und ja das Narrativ ist gesetzt man ist das so oder so gegen Vogt und auch da habe ich gesagt ich will jetzt gar nicht tiefer gehen habe ich in Vereinspolitik Videos und sowas schon immer wieder auch mal angesprochen mag sein dass Vogt der der Arsch schlechthin ist das kann ich nicht bewerten wenn sehr viele gegen ihn sind da wird auch irgendwo was dran sein gleichermaßen was wie ich es immer so ein bisschen drehe sag ich mal ist eben die Frage von ja vielleicht ist er ein Arsch und so weiter und so fort die Frage ist halt inwiefern er ein Arsch für den VfB ist wenn ihr versteht was ich meine er kann ja ein Arsch sein und Leute können keinen Bock haben mit ihm zusammenzuarbeiten aber solange er sich für die sag mal aus seiner Sicht und auch für die Mehrheit eben von VfB und Fanbelange die ist das Thema 50 plus 1 und so weiter was immer wieder hochkam und sowas solange er sich dafür einsetzt und eben dadurch halt hier und da mal ein bisschen aneckt sag ich mal ähm dass ich glaube dass Porsche oder so den Klaus Vogt nicht geil finden kann ich mir vorstellen auch schon allein schon bevor die sich auch nur einmal die Hand gestellt haben wahrscheinlich mit dieser ganzen 50 plus 1 Geschichte und vielleicht eher ja sag mal ja einer wartenden Haltung und einer vorsichtigen Haltung gegenüber Investoren und so Geschichten eben daraus mündend logisch dass dann vielleicht Porsche so den nicht mögen und vielleicht hat keiner da oben wird keiner da oben wird keinen Dreck am Stecken haben formulieren wir es mal so rum ähm für mich ist nur immer so die Frage ob er jetzt wirklich der Buhmann schlechthin ist ob er jetzt halt der Arsch schlechthin ist wen ja viele hinstellen ähm oder ob er eben einfach nur der Arsch für viele ist weil sie mit ihm nicht umgehen können nicht umgehen wollten aber eben so umgedreht ob er wirklich der Arsch ist äh für den VfB Stuttgart und den VfB Stuttgart aktiv schadet das ist so ein bisschen das was ich mich da ein bisschen frage ähm ob das so ist ob das nicht so ist wie gesagt wir werden nie die komplette Wahrheit erfahren deswegen ist auch da immer schwierig da sich überhaupt generell groß das sich zu äußern oder irgendwie eine Meinung zu vertreten oder wie auch immer ist echt schwierig ähm auf jeden Fall Riedmüller jetzt der Rücktritt ähm ja weiß ich habe ich mir auch noch ehrlicherweise ich habe es versucht aber ich komme irgendwie auch noch nicht so ganz aufeinander was ich davon halte dass er jetzt zurückgetreten ist ähm das ist ja eh einer der auch zurücktreten sollte sag ich mal in Sachen der der ganzen ähm der ganzen ähm Forderungen und so weiter wenn man jetzt nur nach diesen Statements und sowas geht von 250 oder was es da war Fanglubs unterschrieben und sowas also für die sag ich mal einer von drei weg wenn man es so formulieren möchte der hat auch sicher nicht alles richtig gemacht auch jetzt eben vor kurzem Erstzug und VfB für was ich auch ja entschuldigt habe was ich auch angesprochen hatte im langen Video ähm ja einige unterstellen jetzt auch dass er vielleicht hier und da was an die Bild vielleicht geleakt hat oder ob er es vielleicht gewesen wäre der was an die Bild geleakt hat wie gesagt alles konjunktiv und keine Ahnung ob das stimmt aber eben diese Geschichten von was kam da hoch diese Geschichte mit dem Treffen von Adrian Riedmüller und ein paar aus den Fankreisen war das ja glaube ich wo ziemlich schnell was ähm ja an die Bild ging wo man jetzt auch mal ich würde mal sagen die Fanszene liegt das normalerweise nicht spricht nicht mit der Bild oder wie auch immer das heißt vermutlich könnten diese Leaks von Adrian oder Riedmüller gestammt haben jetzt auch jetzt wieder vor kurzem dieses Ding dass da irgendwer den Vereinsausschuss von Vogt äh wollte oder gefordert hat quasi auch das war sehr schnell auch über das über dieselbe selbe Quelle glaube ich also quasi auch wieder über die Bild wenn ich es richtig im Kopf habe auch das sehr schnell äh rausgekommen ähm da bauen manche ihre Verbindungen ich mag da null unterstellen wäre auch nicht fair aber das machen ja so die Connections bauen eben manche ein bisschen auf deswegen auch da ein Vogt wird da nicht unschuldig sein die bauen der Scheiße ein Riedmüller als safe auch nicht alles richtig war sagt er ja selber auch nicht bei Adrian weiß ich jetzt auch nicht der wird auch nicht alles richtig gemacht haben mir fällt da aber zumindest jetzt keine Schlagzeile jetzt direkt direkt ein ähm auf jeden Fall ist er weg was ich ein bisschen schade finde in der Aktion ist halt dass er es quasi jetzt macht ne jetzt halt einfach zurücktritt ähm weil ja ich hätte es ein bisschen in Anführungszeichen stilvoller gefunden wenn man das eben einfach auf der MV gemacht hätte ne Thema Vertrauensfrage und eben dadurch dann abgewählt worden wäre ähm auch da wie gesagt das ist ja nicht realistisch ne aber rein theoretisch ist ja wäre ja möglich auf der MV dass die Leute Vogt dann bei der Vertrauensfrage ähm ja die Macht entziehen und Riedmüller bei der Vertrauensfrage äh nicht die Macht entziehen wie gesagt ich wenn diese Fragen kommen auf der MV tippe ich mal dass alle drei äh die Vertrauensfrage äh in der Form sag ich mal nicht überleben überspitzt formuliert ähm aber theoretisch wäre es ja möglich gewesen das abzuwarten und zu gucken wie geht es denn da aus jetzt geht er halt schon früher das heißt da ist auch keine Form von keine Ahnung Aussprache auf der MV möglich oder irgendwas in der Form Fanmeilung einholen in Sachen ja Abstimmung wer will noch haben wer gibt es Vertrauen noch wer nicht ist jetzt ist halt einfach selber raus selber gegangen ähm mit eben diesem letzten Narrativ von ja ich gehe quasi weil mir der Vogt auf die Eier geht so so runtergefasst äh runter zusammengefasst außer ihr bewertet sein Statement anders auch das gerne in den Kommentaren wie natürlich zu allen anderen Themen hier immer wieder gerne in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet eure Meinung dazu und so weiter und so fort aber das finde ich ein bisschen schade also ich sag mal so ich hätte lieber das Vertrauen auf der MV entzogen als dass man da jetzt halt schon davor in Anführungszeichen äh fein raus ist und schon einfach ein paar Wochen Monate davor den Stecker zieht und sagt ja bin ja gehe ich ja jetzt raus mache ich ja jetzt den Rückzieher bevor ich mich da auf der MV abwählen lasse aber das nur so ein bisschen das wie ich es mir so ein bisschen jetzt äh ja überlegt habe oder wie ich so ein bisschen meine Meinung dazu gebildet habe aber schweres Thema ähm ich fand eigentlich grundsätzlich kam er für mich immer recht sympathisch rüber auch im Wahlkampf damals 2019 ähm hatte eigentlich auch nie groß was dagegen dass die da halt zusammenhocken in ihrem Präsidium da oben die drei ja jetzt ist eben der erste raus vielleicht ist das schon der erste kleine Sieg sag ich mal für alle die die äh ja dieses Statement dieses Statement von der Volkantischer Kurve unterstützt haben ähm keine Ahnung ob jetzt noch Adrian irgendwann folgt ein Vogt irgendwann folgt ich glaube nicht dass die schon den Stecker ziehen bevor es auf die MV geht ähm auch da eben jetzt die Frage in Sachen Nachbesetzung und Pipapo ähm von dieser Position ist mir glaube ich auch dann auf der nächsten ordentlichen äh dann erst sein wenn ich hier so ein paar ja paar Texte quasi zu lese was das rechtliche Angebot Leute berichtet haben ähm SWR und so Geschichten zum Beispiel auch das wieder ein Thema wie wird das besetzt wann wird es neu besetzt wer besetzt diesen dritten Posten da im Präsidium ähm vom e.V alles wieder schwierig ihr merkt es auch hier in der in der Ausführung von mir ich merke auch jetzt schon dass ich nicht ganz zufrieden bin damit wie ich diesen Part hier gerade gemacht habe aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht großartig viel besser hinbekommen als einfach wieder so ein undurchsichtiges Thema ist wieder sehr viel Meinung sehr wenig Wissen äh wie ja oft irgendwie auf Social Media und im Fußball und so Geschichten aber gerade bei sowas wo du eben nie die hundertprozentige Wahrheit wissen wirst ist es oft sehr viel Meinung und sehr wenig Wissen auch bestimmt bei mir gerade hier aber das so ein bisschen meine Takes äh zu dem Riedmüller Rücktritt ohne jetzt noch tiefer in Sachen Vereinspolitik äh ja einzutauchen ähm als nötig mach mal weiter auch wieder wohlgemut äh Sportvorstand was ja auch eine Geschichte wäre die dann glaube ich der Aufsichtsrat mitbestimmt äh wenn ich es richtig im Kopf habe ähm und da soll eben beschlossen worden sein laut SCN mein VfB und so weiter eben in einer Aufsichtsratssitzung so ähm dass er zum neuen Sportvorstand aufsteigen soll und dass wohl im selben Zuge äh sein Nachfolger als Sportdirektor wohl Christian Gentner werden sollt ähm aber ihm wird wohl jemand zur Seite gestellt der sich um die Top-Talente die auf der Schwelle zum Profi-Bereich stehen kümmern soll ähm dasselbe hat quasi die Bild bisschen dementiert äh laut denen gibt es noch keine Einigung in Sachen Beförderung aber ich meine es würde ja einfach nur Sinn machen wohlgemut zu befördern außer dass einfach außer dass halt irgendwo noch einen absolut endgeilen anderen Kandidaten aber es scheint ja nicht so zu sein die brauchen ja 400 Jahre um diesen Sportvorstand zu besetzen also falls du ihn überhaupt besetzen musst auch das ist so eine Frage die ich jetzt nicht beantworten kann ob das so zwingend notwendig ist ich meine das läuft ja gerade auch so ohne Sportvorstand und eben eher Sportdirektor oder ob das einfach wirklich zwangsweise nötig ist für eben ja dass jeder sich auf seine Arbeit konzentrieren kann ich glaube Werle übernimmt doch auch noch teilweise ein paar mehr Aufgaben die er eigentlich gar nicht machen sollte und so Geschichten deswegen vielleicht in der Hinsicht rein arbeitstechnisch notwendig aber dann macht es Sinn wohlgemut zu befördern und eben damit auch zu belohnen wie gesagt vorhin schon angesprochen vielleicht weiß wenn es da nicht zu wenn es da nicht gut genug rüberkam aber eben auf dieses auf diese Basis auf das Gestell sag ich mal von Missentat hat natürlich wohlgemut auch noch richtig abgeliefert wir schweigen im Winter mal tot der war vogelwild das Wintertransferfenster Childias und so Geschichten Haraguchi aber der Sommer war bock bock stark ich meine nach so einer Saison was will es auch andere sagen bock bock starker Sommer jetzt bin ich gespannt wie es im Sommer aussieht wenn eben ein Wohlgemut und so weiter dann für eine mögliche Champions League Saison planen das ist natürlich der nächste der nächste Test sag ich mal der nächste Härtetest was das angeht aber ihn zu befördern macht auf jeden Fall Sinn das nächste was halt die Frage ist ist halt Christian Gentner wie gesagt auch da das war der Klassiker von diesem in Mainz muss man nicht gewinnen und so weiter was ihm jetzt natürlich eh noch immer Ewigkeiten hinterher hängt finde ich auch teilweise ein bisschen gemeinfasst oder unnötig einfach das ihm noch so lange anzuhängen finde ich irgendwie einfach ja lohnt sich nicht so wofür macht man das aber man kann schon verstehen warum manche ein bisschen eine vorsichtige Haltung haben zu Gentner und wenn man jetzt mal davon weg geht von der Person Gentner ist eben die Kompetenz so die Frage weil woher kommt das jetzt dass der jetzt den Sportdirektor macht weiß ich wie es da aussieht in Sachen Ausbildung whatever ob es da irgendwas gibt für aber so rein von dem Ding das jetzt kommt meine Zeit lang jetzt gar nicht wusste was der überhaupt macht beim VfB diese Rolle haben sie ja auch in ihrem Weihnachtsvideo aufgenommen das Thema mit diesem Running Gag von wegen Aufgaben die klar definiert sind oder so also und danach wird der Sportdirektor weiß ich nicht also fände ich schon irgendwie komisch aber eben mit diesem Zusatz von man stellt jemanden an die Seite könnte das funktionieren den eben auch ein bisschen anzulernen dann wenn eben dann trotzdem noch ein Wohlgeburt und sowas dann die Hand drüber haben am Ende des Tages ist ja alles fein deswegen auch da möchte ich gar nicht schon voreilig sagen das wird nie im Leben was mit Gentner was als Sportdirektor es wirkt nur auf jeden Fall ein bisschen komisch in Sachen Kompetenz aber ey auch da beweist uns gerne oder ja zeigt uns gerne das Gegenteil sag ich mal straft uns Lügen das nächste ist dann gehen wir über wie gesagt ich bin recht heavy mit dem Übergang gehen wir über ins Transfergeschehen von Wohlgemuth Führig ist das Erste schon ein paar Mal angesprochen mache ich auch nicht länger als es ist aber hier heißt es auch vor kurzem aus der Bild dass Führig wohl sogar irgendwie Bayern-Fan sein sollte und dass die Bayern wohl auch quasi im Rennen und Führig ja die Nummer 1 wären gerade quasi bleibe ich dabei mache ich auch nicht länger als es ist letzten Video schon angesprochen ich glaube noch erstmal noch nicht so ganz daran Vertrag erst vor kurzem verlängert klar da ist die Ausstiegshause von hier wohl 23,5 Millionen Euro im Sommer und bei Führig andere Spieler ist nochmal ein anderes Thema aber gerade beim Führig den lässt du hier reifen über 2, 2,5 Jahre lang oder sowas Paderborn González der Satz oft Chancen tot oft der letzte Pass nicht gekommen mit Spielern eine geile Saison Nationalmannschaft dies das dann schon sagt ey schön gewesen aber ich spiele mit euch doch keine Champions League ich gehe direkt schon zu den Bayern wo ich ihn jetzt auch aber noch nicht direkt als Startelfspieler bei den Bayern sehen würde oder als gesetzten Startelfspieler sehen würde von den Bayern das wird auch immer noch eine Herausforderung für ihn dann fände ich es irgendwie bei ihm noch verhältnismäßig ja trauriger oder ja einfach nerviger als bei anderen wenn sie wechseln würden ihm würde ich es noch ein bisschen übler nehmen wenn er jetzt schon wechselt im Vergleich zu anderen Spielern die da so im Raum stehen vielleicht zu wechseln ich glaube das letzte Mal hat er schon länger ausgeführt deswegen kann ich sie glaube ich ein bisschen kürzer halten Justin Deal da kam ein bisschen was raus nämlich laut der kölnischen Rundschau also auch eben Lokalgeschichte dort zahlen wir für Deal wohl 1,4 Millionen Handgeld plus Beratergebühr und da ist ja wie gesagt 5-Jahres-Deal auch da wäre wieder das Wortspiel immer direkt vor einem das heißt ja gut war glaube ich nicht so zu erwarten man kommt ablösefrei aber in dieser Welt kommt kein Mensch ablösefrei ich glaube auch ein Keitel auch ein Woltemar der wird ein bisschen was bekommen haben in irgendeiner Form vielleicht nicht so viel wie Deal weil Deal eben auch so ein bisschen dieses Top-Talent-Ding hat und dieses Buhlen da waren ja nicht nur wir dran waren ja einige dran an Justin Deal deswegen wohl hier 1,4 Millionen Handgeld mal gucken ob das stimmt ob das nicht stimmt das wird wir wahrscheinlich nie großartig rausfinden aber in dem Sinne von ob das irgendwann noch mehr Quellen noch mehr Medien bestätigen neben eben jetzt hier der kölnischen Rundschau aber würde mich jetzt nicht verwundern ist jetzt auch keine tragisch hohe Summe oder so 1,4 Millionen hätte es halt es wäre quasi die Ablösesumme vielleicht gewesen wie gezahlt hätte es für Deal statt eben jetzt das Handgeld weil er ablösefrei kommt deswegen auch da ist irgendwie nichts zu schlimm aber auf jeden Fall interessant dass da schon was zu rauskam Stärtschuh ist ein Thema hat eben auch in Dortmund wieder ein gutes Spiel gemacht nachdem Wagner man verletzungsbedingt raus musste da gab es irgendwie Berichte dass wir den nicht holen wollen was ich weiterhin für Quatsch halte oder für komisch halte mal mindestens ich würde ihn holen weil wie gesagt geht ja um 2 Millionen rund 2 Millionen ist die Kaufoption die kannst du ziehen musst du ziehen für ihn kommt immer wieder rein immer wieder ordentliche Spiele mindestens ordentliche Spiele was die Leistung angeht Kaderbreite Champions League dies das und was eben da nochmal hochkam das vielleicht das Interessantere ist das ganz ganz am Anfang vom Blick also aus der Schweiz selber kam ja von St. Gallen oder kurz noch offiziell St. Gallen kam damals dass es wohl eine verpflichtende Kaufoption ist also sogar eine Kaufpflicht die eben die haben wir geschrieben von 2,5 Millionen Euro wie gesagt rund um 2 Millionen das heißt mal gucken was davon stimmt ob es eine Kaufoption ist was die meisten berichten oder ob es vielleicht doch sogar wie auch beim Root zum Beispiel eine Kaufpflicht ist dann hätte man ihn eh schon gekauft dann müsste man ihn eh kaufen aber auch das runtergebrochen bei Stairchow für mich musst du ihn kaufen das ist eine ganz ganz klare Geschichte klar 2 Millionen sind immer noch 2 Millionen ich will es auch nicht runterreden als wären das irgendwie Peanuts so vom Ding her in der Gesamtbetrachtung auch aber im Fußball sind 2 Millionen ja mehr oder minder wenig dann musst du ihn halten für die Breite mal mindestens Leveling und Undaf waren in einem Twitch-Stream tatsächlich am Start haben da ein bisschen über die Zukunft gequatscht ist auch nichts Dramatischeres auch nicht zu groß zu machen das ganze Ding aber wie gesagt beide kamen raus aus ihren Aussagen dass sie beide sehr sehr gerne bleiben würden Undaf genauso Leveling genauso bei Leveling eben das Thema Kaufoption die wohl bei rund 5 Millionen Euro liegt ja er will hier auch nicht weg hier weg zu wollen ist natürlich keine Option hat er gesagt fühl mich hier wohl wir sind eine Top-Mannschaft auf dem lebenden Platz auch Leveling immer wieder auch immer wieder berichtet davon dass er auch einfach ein geiler Typ ist von dem er muss halt abquarten ob der V was der VfB macht auch hier wieder kam vom Kicker wohl die Meldung dass wir das nicht dass wir uns das nicht leisten könnten die 5 Millionen Kaufoptionen was ich für ein bisschen Quatsch halte irgendwie weil ja 5 Millionen ist natürlich ein bisschen mehr als zum Beispiel jetzt ein Stärk schon mit 2 Millionen aber wenn du Champions League Fußball spielst hier und da der eine oder andere geht das war ja sogar der Direktvergleich Silas Leveling wenn du Silas wirklich für 15, 20 vielleicht sogar verkaufst dann wirst du den Leveling leisten können denke ich mal ich würde es mal eher so formulieren dass wir uns vielleicht für 5 Millionen gerade noch nicht leisten wollen vielleicht das das vielleicht einfach gerade der Stand der Dinge ist in den Verhandlungen mit Union dass man da vielleicht versucht ihn ein bisschen zu drücken vielleicht mit Union spricht aber vielleicht sogar was weiß ich für 4 bekommt oder sowas 4,5 Millionen bekommt whatever da eben die Summe ein bisschen versucht zu drücken so bei UNDAF auch da wieder weiß natürlich weiterhin ey großes Paket können es ganze Millionen kosten circa mit den ganzen Champions League Geschichten und sowas können ein bisschen ansteigen auch da bleibt diese komische Forderung oder das was die Bild schreibt dass er wohl ein Jahresgehalt von 5 Millionen Euro wünscht was natürlich auch absolut Wahnsinn wäre man das bekommt gerade bei uns der Beste ich glaube 3 Millionen 3,5 oder so bekommt ich glaube gerade unser Topverdiener wie gesagt auch bei UNDAF glaube ich irgendwie nicht so ganz dran bleibe ich dabei auch schon mal berichtet deswegen auch da schon mal drüber gesprochen hier deswegen auch da nicht länger drauf eingehen als nötig so viel Neues gibt es da jetzt auch nicht bei der Thematik es war eher eben dieses Auftreten im Stream vor allem und eben das Thema Leveling vor allem was das angeht aber ich glaube bei Leveling bei Leveling bei UNDAF sehe ich es nicht dass der jetzt hier irgendwie wegen dem einen Cent oder dem anderen Cent jetzt irgendwie bei uns nichts unterschreibt vor allem bei ihm hieß es ja auch oft raus nach dem Motto wenn die sich einigen dann wird es schnell gehen also eine Brighton VfB vor allem das Thema ist und so mit der Kaufoption und wenn es nach ihm geht wird es schnell gehen er will gerne bleiben dies, das deswegen glaube ich da nicht so ganz dran dass es dann am Ende vielleicht wird es fordern vielleicht ist das so keine Ahnung aber ich glaube nicht dass es daran scheitert ich sage es mal so mal mindestens das glaube ich nicht dass es daran scheitert wird bei UNDAF an der Kohle oder an irgendwas wenn der sich hier wohlfühlt und auch hier bleiben möchte und dann kommt das Nübel ganz großes W Big W Nübel bleibt das wurde schon berichtet heute sogar offiziell gemacht worden vom VfB dann wurde er zuerst berichtet dass eben Nübel auch beim VfB bleibt und die Bayern einen Fünfjahresvertrag mit ihm unterzeichnen und ihn dann eben nochmal eine Saison ausleihen an uns das ist jetzt sogar nochmal getoppt worden denn Nübel bleibt so schreibt es der VfB so schreiben es die Bayern kommt ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen bei der genauen Laufzeit oder möglicherweise der genauen Laufzeit dass er noch für zwei Jahre bleibt wird bei den Bayern verlängert Vertrag bis 2029 eben auch da im Sinne von Neuer wird noch ein paar Jahre machen aber Nübel ist schon durchaus bei denen Thema für die Nachfolge und dann eben zu uns ausgeliehen für die nächsten zwei Saisons damit wäre eben sogar drei Jahre bei uns in Summe wenn es eben am Ende alles so passiert das ist ja gefühlt ein Wechsel den wir hatten aber eben wir haben nie eine Ablösesumme gezahlt sondern immer nur ein Teil vom Gehalt also Bock, Bock stark auch das hat wieder so geil so ein bisschen Hoeneßverlängerung Stil sag ich mal Freitag einen Tag oder beim Hoeneßding war sogar am Tag selber noch aber einen Tag vor dem Spieltag so eine Meldung rauszuhauen mitten in der Saison halt auch bei Hoeneß das Thema mitten in der Saison sechs Spieltage verschluss die Meldung jetzt schon zu bringen jetzt schon sich geeinigt zu haben jo der bleibt bei uns ist absolut endgeil Wohlgemuth freut sich wollten alle zusammen also auch Nübel hat es ja vorhin auch schon angesprochen mit dem Zitat James-Sigman im VfB das wird auf jeden Fall Bock machen das kann nur Bock machen auch eher gesagt dass er auf jeden Fall hierbleiben wollte dass man sehr schnell zusammenkam sich das sehr schnell vorstellen konnte für die Bayern natürlich auch top wie gesagt die haben ihn wohl echt im Kopf auch Eberl mit der Aussage wohl in dem Video bei den Bayern dass er ja zu den besten Keepern eben in seinem Alter zählt hat er gesagt dass er der beste Torhüter in seiner Altersgruppe ist deswegen da ist wohl echt das Thema eben wann hat Neuer fertig sag ich mal und wann könnte sogar Nübel übernehmen bei den Bayern also auch das wer hätte das gedacht mal dass wirklich Nübel bei den Bayern so aktiv fest drin steht als klare als eine klare Option Neuer Nachfolger zu werden das hätte vor ein paar Saisons auch keiner gedacht wahrscheinlich aber uns spielt eben auch eine Top-Saison plus eben auch das für die Bayern natürlich perfekt dass er bei uns aktuell mindestens Euroleague ich sag es einfach auch hier wieder Champions League Fußball spielen wird auch das natürlich für die Bayern geil dann zu sehen wie er sich da tut auch mit einer Dreifachbelastung dies das auf dem Niveau eben auch dann Erfahrung sammelt mal mindestens die eine Saison keine Ahnung wie es nächste Saison aussieht Thema zwei Jahre bei uns aber ein brutal geiles Zeichen 27 Jahre alt der Mann das heißt dann wäre er 29 am Ende drei Jahre bei uns sogar wenn er die eben in Summe macht weil das ist das einzige Thema das noch ein bisschen aufkam oder jetzt neu aufkam von Sky von Dennis Bayer was man sich aber auch schon fast ein bisschen denken konnte wenn die Bayern mit dir so ein Deal machen wenn die Bayern mit dir auch so früh schon so ein Deal machen mit dem Zusammenhang mit Manuel Neuer wann hört er auf und wird nübel sogar Nachfolger dass so eine Option drin steht wie es Sky berichtet sowas schreibt natürlich der VfB nicht in seinem Statement die Bayern auch nicht aber Sky berichtet es eben dass es eine Abbruchoption gibt das heißt dass sie Bayern ihn schon nach einem Jahr wieder zurückholen könnten heißt zum Beispiel wenn sie merken ey Neuer Neuer macht das nicht mehr dann holen sie ihn vielleicht schon im Sommer 2025 zurück brechen das die Laie ab und machen dann nübel dazu ihre Nummer 1 jetzt mal als Beispiel auch das klar kleiner kleine Nebeneffekt und nicht so schön wie wenn es jetzt eben offiziell heißt er ist ja auf jeden Fall zwei Jahre da wie es ja auch offiziell noch heißt aber gut auch das wieder ganz ganz ehrlich gesagt und ganz ja so müssen wir das als VfB-Fans auch sehen das ist halt einfach Bayern München mit denen du verhandelst die werden in den seltensten Fällen machen die so Transfergeschichten dass sie am Ende dabei irgendwie schlecht rauskommen oder sich keinen Bonus oder sonst was eingebaut haben deswegen das war mir auch schon fast klar dass sie sowas machen weil die Gerüchte waren ja von einem Jahr jetzt sind es ja sogar zwei da war mir fast klar dass sowas kommen könnte ist direkt schon die Meldung eben dazu dass das laut Sky zumindest auch so ist trotzdem auch für uns runtergebrochen offiziell sind das trotzdem zwei Jahre und selbst wenn sie ihn zurückholen ihn noch für ein Jahr gebunden zu haben per Laie auch da wird sicherlich wieder ein bisschen Gehalt gespart werden im Sinne von wir werden die bestimmt nicht komplett übernehmen das Gehalt wie wir es ja gerade auch nicht tun das ist ja gerade 50-50 Split den sie da haben hat wohl auch eine Gehaltserhöhung bekommen bei den Bayern also da auch die Frage ob wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr für ihn sein aber mein Gott ist am Ende des Tages bei Nübeln nur das Gehalt weil auch da du hältst ihn ja nicht anders so kam das war ja ganz ganz klar raus schon seit schon seit immer quasi ganz ganz klar raus dass du einen Nübel nicht bei uns hältst außer du leihst ihn weil kaufen ist zu teuer volles Gehalt ist zu teuer dies das deswegen auch das Top Deal wenn man einfach mal drauf guckt von Beginn an drauf guckt einfach nur ganz simpel drauf guckt zwei Jahre gehalten du machst das schon am 12.4. fest er ist auf jeden Fall mal mindestens eine Saison da vielleicht brechen sie es ab nach dem Jahr vielleicht nicht Stand jetzt ist es wie es eben die Statements auch hergeben zwei Jahre das heißt wir haben Nübel auf jeden Fall auch sicher für unsere ich sag es nochmal Champions League Saison oder auf jeden Fall europäische Saison europäischer Wettbewerb internationales Geschäft für die Saison ist Nübel auch da Bock, bock stark und eben auch das Thema nochmal was immer so ein bisschen mitschwingt natürlich wenn ein Nübel wirklich zwei Jahre bei uns ist wäre es natürlich auch perfekt dann kann es auch ein Simon für ein Jahr oder zwei oder eben aufgeteilt auf zwei Einjahreslein wie auch immer verleihen ich hoffe dass dazu ein bisschen Bewegung vielleicht reinkommt außer die sagen ey VfB 2 das passt erstmal in so Geschichten das wissen die besser in ihrer Dennis-Simon-Planung aber das ist das Beispiel mit Urbic dabei führt so Geschichten Nübel zwei Jahre hier währenddessen leist du einen Simon an guten Zweitligisten aus ich glaube das wäre absolut Weltklasse für uns wenn das so am Ende aufgeht bei uns auf der Torhautposition deswegen Bock Bock stark ein richtig geiles Zeichen weil ich gerade viel darüber gequatscht habe von dieser Abbruchoption und bla 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 was ja auch von mir aus ganz klar rauskommen soll es ist ein richtig geiler Move Nübel 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 das solltest du am Samstag auch hören wieder beim Spiel gegen Frankfurt es ist eine absolut geile Aktion dass sowas geklappt hat mit Nübel dass wir ihn weiterhin behalten dass wir ganz ganz klar im Vordergrund stehen mal gucken was mit Simon weiterläuft dann noch der jetzt auch erst vor kurzem Elfer gehalten hat das noch kurz mit reingenommen bei der VfB über 21 also auch liefert auf jeden Fall weiterhin abliefert Dennis Simon sehr sehr geil dann kommen wir zu Tickets Ticketgeschichten ihr habt es ja gesehen gehabt auf Instagram gepackt auch auf Twitter gepackt im letzten Video auch angesprochen oder in einem der letzten Videos angesprochen quasi in dem Schwung an Videos sag ich mal vom Dortmund Spiel angesprochen das ja auch so ein bisschen da verhindert hat in Sachen Verkauf und sowas da ist ja der offizielle VfB Verkauf jetzt am 16 also am Dienstag das offizielle VfB Verkauf in den Auswärtsblock und ob da irgendwie dann auch in Karten kommt und wie und was muss ich auch die enttäuschen die da auch nachgefragt haben auf Instagram vor allem immer wieder da könnt ihr ja am einfachsten quasi mit mir schreiben und so Instagram DM und sowas also eine offizielle Option um irgendwie an Augsburg Karten noch zu kommen also über den Augsburg Verkauf bevor man in den VfB Verkauf bevor der VfB Verkauf stattfindet gibt es halt nicht du musst halt irgendwie jemanden finden da der Bestandskunde ist auch das gilt wohl irgendwie ab drei, vier was weiß ich Heimspielen diese Saison und sowas also auch da kommt kein VfB-Fan an Karten der irgendwie mal die letzten zwei Jahre halt irgendwie mal für ein VfB-Spiel über Augsburg an Karten gekommen ist im freien Verkauf auch die Thematik von Tickets die sogar storniert wurden wenn irgendwie klar war dass es ein VfB-Fan ist und sowas also die verhindern das schon hart Mitgliedschaft ist vielleicht ein Weg der funktioniert hätte wohl ich habe es mich jetzt mal nicht getraut aber der wohl funktioniert hätte vielleicht sogar einfach eine Mitgliedschaft abzuschließen bei Augsburg und dann darüber Karten zu kaufen weiß ich aber auch nicht ob sie da auch dann auch irgendwo dann ja wenn sie merken VfB-Adresse dann irgendwie sich länger Zeit oder Stuttgart-Adresse oder sowas in die Richtung sich da auch länger Zeit genommen hätten die Augsburg verantwortlichen oder ja Mitarbeiter wie auch immer keine Ahnung aber ich hatte Glück ich hatte Glück über einen Kollegen der mir Karten besorgt hat über Augsburg also ich bin am Start für Spielen Augsburg natürlich eben nicht im VfB-Auswärtsblock wie er komplett erst im Dienstagler-Verkauf aber in der Nähe davon im Block anliegend an den VfB-Auswärtsblock ja sehr sehr big sehr sehr geil wir waren in den letzten Jahren ja auch immer in Augsburg dabei das habe ich jetzt alles gesehen eine 1-0-Pleite sogar ein 1-0-Sieg das war das Gommes-Ding damals unter Korkut und dann auch wieder ein knackiges 6-0-4-1 und das letzte Saison auch das 1-zu-1 also Stammkunde in Augsburg deswegen sehr sehr geil und da hatte ich natürlich einfach dann selber auch Glück gehabt über einen Kollegen jetzt eben noch an Karten schon an Karten gekommen zu sein vor dem VfB-Verkauf das war natürlich auch da reingegangen am Dienstag aber auf jeden Fall ist das Ding jetzt auch dann damit gebongt sehr sehr wildes Ding gewesen sehr sehr viel gekopft und keine Ahnung ja viele Optionen überlegt viel sich einen Kopf gemacht und so weiter und diese Augsburg-Tickets jetzt hat zum Ende zumindest für mich ein Happy End gefunden ich hoffe für die meisten von euch auch dass ihr irgendwie an Karten kommt dass man Augsburg auch zumindest in irgendeiner abgeschwächten Version sag ich mal in Anführungszeichen einnehmen kann wenn es stimmungstechnisch wird das die absoluten Brett alle die in Augsburg dabei sind wird ein absolutes Brett werden aber ich meine allein in der Anzahl an Fans eben die mitfahren daran gemessen eben die eine Einnahme sag ich mal wie gesagt die Hoffnung war da dass man sowas ähnliches machen könnte wie in Hoffenheim natürlich nicht 100% wie Hoffenheim das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal dass man da das halbe Stadion kaufen kann oder sogar noch mehr als das halbe Stadion aber zumindest dass da vielleicht was über einen freien Verkauf gegangen wäre hat Augsburg verhindert und was auch noch kam natürlich ist Gladbach war wohl auch ein komplett gestörter Verkauf da am Mittwochmorgen auch nicht an Karten gekommen da am Mittwochmorgen hab für Family geschaut gehabt auch laut Shop-Mitarbeiter und war das wohl der größte Ansturm seit langem auf Heimspieltickets weil du konntest dich auch bei Heim beim VfB-Shop hinstellen und da dich anstellen da Karten holen selbst da sind Leute in der Schlange leer ausgegangen vor Ort am Fanshop auch das muss richtig hart sein irgendwie wieder Zahlen von was weiß ich da 130.000 140.000 in der Warteschlange und so also Warteschlangen nicht Menschen logischerweise aber Warteschlangen komplett komplett abartig und da hatte ich dann auch nochmal Glück Glück des Tüchtigen auch in dem Fall nochmal wie auch bei Augsburg da war ich auch wirklich wirklich sehr sehr dahinter also auch da Glück des Tüchtigen und auch hier bei Gladbach für die Family noch zwei Karten bekommen tatsächlich weil da auch nochmal ein Schwung an Karten kam irgendwann mal am Nachmittag vom vom Gladbach Verkauf also am Mittwochnachmittag wahrscheinlich einfach ne irgendwelche Dinger die aus dem Warenkorb geflogen sind Karten die noch nicht gekauft wurden Karin mal frei geworden sind ist halt Online-Ticketshoppen da ist immer wieder was drin beim VfB ja auch gibt es ja genug die immer wieder auch an Spieltagen sag ich mal noch auf der Seite campen immer wieder neu laden neu laden die Seite refreshen die ganze Zeit bis vielleicht irgendwo nochmal eine Karte frei wird weil auch Dauerkarteninhaber ihre Karten nochmal in Verkauf geben können und sowas da kam ein ordentlicher Schwung an Karten raus da war ich aber zu spät dann um da an Karten zu kommen aber war dann gelauert dann glaube ich zwei Stunden später oder sowas immer wieder auf die Seite geschaut zwei Stunden später irgendwie abends dann irgendwann halb sieben rum sogar noch an zwei Karten gekommen sogar nebeneinander zwei Karten sonst meistens eigentlich nur noch Restplätze also auch da Glück des Tüchtigen und Glück gehabt also auch da die ganze Family am Start sehr sehr geil auf jeden Fall für Hönitz auf dem Zaun und so weiter aber was man auch da ansprechen muss ist aber die Preise da muss der VfB wirklich ein bisschen aufpassen bin noch sehr gespannt in Sachen Champions League ich hoffe auch da dass es mich in Sachen Champions League nicht so krass betrifft und das natürlich auch die anderen Dauerkarten Inhaber nicht so krass betrifft weil wenn du eben das Ding wie ich es mal vermute und auch hoffe und ich glaube es wird auch so sein dass du eben sagen kannst ich verlängere meine Dauerkarte und buche die Champions League eben oben drauf auch in die Dauerkarte mit rein da bist du ja auch wieder ja auf die Spiele runtergebrochen runtergerechnet billiger unterwegs als wenn man sich die Einzelspiele kauft wie es bei der Dauerkarte jetzt gerade ja auch ist auch hier wieder Thema Gladbach ich glaube auch dasselbe Preisniveau wie bei den Bayern da wo ich sitze das kostet runtergebrochen 19,80 Euro oder 20 Euro pro Spiel wo ich sitze also halt der billigste Sitzplatzbereich Kurve selber Bereich ja auch ist das Grüne da in der Türkammerkurve da zahlst du eben als Dauerkarteninhaber runtergebrochen halt 20 Euro pro Spiel da hast du für ein Einzelticket wohl 45 Euro gezahlt und so ähnlich dürfte es auch bei der Champions League bleiben aber oder sein dann aber auch da bin ich sehr gespannt auf die Preise weil wenn du jetzt schon gegen Gladbach gegen die Bayern eben Beispiel bei Spielen wo du weißt die Karten gehen weg egal wie viel ich als VfB Stuttgart verlange bin ich mehr gespannt wie es in den Champions League handhaben werden wie toll da die Karten werden weil auch hier wieder 75 Euro da irgendwo Haupttribüne Gegentribüne 95 Euro der höchste Bereich wie bei den Bayern auch das ist schon hart und da musst du auch ein bisschen aufpassen oder auch selbst das was ich ja gerade angesprochen habe 45 Euro für das billigste Ticket in der Untertürkheimer Kurve in der Kanzler Kurve ist halt einfach schon krass das ist wirklich wirklich krass Bayern Top Spiel dies das höre ich mir auch irgendwo halbwegs an Gladbach auch ist der letzte Spieltag die wissen ja dass die Karten weggehen auch diese Erweiterung von ein paar also quasi die Blöcke so zu erweitern in Sachen Kategorien dass man quasi mehr Blöcke teurer verkauft als zum Beispiel gegen ja Hoffenheim und so Geschichten das ist auch sehr frech sowas da muss man schon auch ein bisschen das Auge drauf haben dass der VfB also wir Fans dass der VfB da vielleicht nicht zu sehr gerade die Chance wird und weiß ey wir haben hier fast 100.000 Mitglieder immer wieder die Warteschlangen die fressen uns aus der Hand gerade sag ich mal da muss man auch ein bisschen aufpassen weil die Preise dann vielleicht doch echt ein bisschen krass werden auch nächste Saison eben wenn du vielleicht wirklich nächste Saison als Tabellenzweiter Tabellendritter Tabellenvierter wenn du mit dem Stempel Champions League Mannschaft in die neue Saison gehst hoffe ich mal dass wir da kein blaues Wunder erleben im Sinne von hier Dauerkarte wird ein bisschen erhöht und da unsere Ticketpreise werden ein bisschen erhöht ich hoffe nicht ich meine jetzt haben sie auch schon wieder komplett voll also das hätten sie da davor machen können nach dem Motto ah wir haben gerade noch 13.000 Tickets weniger zu verkaufen wir müssen irgendwo mehr Einnahmen machen haben sie ja auch nicht gemacht soweit ich das nachvollziehen konnte oder gesehen habe waren ja ganz normale Preise trotz eben weniger Zuschauer weil das wäre auch ein Argument dafür zu sagen dass sie es eher nicht machen weil jetzt haben wir alle ausverkauft alle 60.000 passen rein jetzt haben sie wieder ihre normalen Einnahmen Tunnel Club kommt oben drauf und so wo nochmal extra Kohle reinkommt also ich glaube es nicht dass sie krass die Preise hoch treiben aber auf jeden Fall darf man ein bisschen ein Auge drauf haben und dann zum Schluss noch zwei einzelne Geschichten sag ich mal wieder zu Spielern Gerasi Player of the Month für den März wurde nominiert neben Grimaldo Musiala Kane Simmons und David Raum auch da gerne abstimmen auch da wie immer alle Links im Sammeling in der Videobeschreibung gewiss Bescheid oder einfach selber suchen die Bundesliga Player of the Month Seite von EA Sports und abstimmen für Gerasi vielleicht holte sich das Ding sogar ja für den März hat sie ja schon mal gewonnen ich weiß gerade gar nicht auswendig welcher Monat aber der Player of the Month schon mal gewonnen gehabt auch und darf schon mal und zu ihm wieder was auf auf ja wieder gekaut worden aufgewärmt worden wieder irgendwelche Gerüchte von ja Premier League Interesse und Bliplablub Man United Newcastle Tottenham das höre ich mir alles noch so halbwegs an wenn ich dann so eine Scheiße höre wie Crystal Palace und Wolverham Wanderers Fullham West Ham da kannst du mir auch kreuzweiß also die spielen alle nicht mal international oder vielleicht mal West Ham international das war es ja dann auch Man U Newcastle Tottenham Champions League können auch wir bieten teils können es ja glaube auch die Klubs da die ja gerade genannt wurden Newcastle und so auch keine Champions League bieten nächste Saison also auch das selbst da sind sind wir für mich in meinem Kopf gerade sogar höher anzusetzen im Sinne von aus Gerasie Kopf raus ich will wo ich bin Stammspieler sein und bei uns Stammspieler Champions League das wirst du wie ich auch schon oft gesagt habe das wirst du in dem Bereich wo es für ihn ein Upgrade wäre zum VfB Stuttgart in diesem absoluten Top Regal an Vereinen Top Verein in Europa wirst du das gefühlt nirgends finden wir haben auch hier gerade nochmal kurz nachgeschaut Tottenham ist gerade noch in Champions League Plätzen drin aber auch nur knapp Man U ist es nicht Newcastle ist es nicht die anderen sowieso nicht also von dem her auch das ja ist halt einfach aufgewärmte Gerüchte Premier League interessiert in Gerasie oh 20 Millionen könnte gehen im Sommer aber absolut nicht weiter ja eine Bemerkung wert sag ich mal solche Gerüchte die aktuell aufkommen und dann zum Schluss noch Stiller ist am Start bei Ed Broski sehr sehr geil also das Format hier von Gamer Brother so ein bisschen ich sag mal der moderne Doppelpass so ein bisschen sag ich mal oder moderne und auch bessere Doppelpass würde ich mal auch das wertend sagen ist am Montag die Episode auf Twitch läuft das Ganze 18.30 am Montag sonst danach auch auf YouTube hochgeladen die einzelne Clips und immerhin auch die ganze Sendung nochmal hochgeladen da ist eben Anschluss Stiller dabei sehr sehr geil werde ich einschalten oder im Nachhinein einschalten in irgendeiner Form werde ich es mir angucken Stiller geiler Typ geiler Gast für die Sendung auch noch ein Reschke dabei auch interessant auch noch der nächste Ex-VfBler der natürlich bei uns jetzt auch nicht mit dem besten Bild gegangen ist würde ich mal sagen Reschke immer noch viele die da ein bisschen ja ihm negativ gegenübergestellt sind aber ich finde so was Aussagen und so immer wieder angeht finde ich Reschke gar nicht mal so schlecht deswegen freue ich mich auch so ein bisschen auf Reschke aber natürlich vor allem auf Anschluss Stiller und dann kommen wir noch zum Ausblick auf die Partie gegen Eintracht Frankfurt natürlich morgen Abend Top-Spiel-Ansetzung 18.30 mal wieder zuerst mal zu Frankfurt tatsächlich weil da auch ein bisschen Personalgeschichten zu bereden sind tut da fällt aus mit seiner Rotsperre auf jeden Fall dann auch mal kurz auf die PK von Frankfurt geschaut Skiri steht wegen einer leichten Wadenplässuren nicht zur Verfügung die möchten da kein Risiko eingehen EKTK war auch noch ein Thema hat eine Woche einmal trainiert das sah gut aus wir gehen davon aus dass er in den Kader zurückkehrt also den jetzt auch nicht nach Startelf aber zumindest Kader die haben wohl auch zwei, drei Baustellen sag ich mal aber wer natürlich noch viel mehr Ahnung hat von Frankfurt wenn ich auch schon öfter hier richtig in richtiger Form sag ich mal hier in Vorberichten hatten in Talks hatten und so weiter und so fort ist Benni und der Ehrenmann hat mir noch eine Memo geschickt oder ein Einspieler jetzt eben hier für euch kurz zu einer Frankfurt seine Meinung wie gerade so das Gefühl ist von Frankfurt-Fans von ihm als Frankfurt-Fan vor dem Spiel gegen uns bei uns auswärts am Samstagabend Tja was soll man zur Eintracht sagen die Stimmung rund um den Klub war schon lange nicht mehr so schlecht wie momentan sicherlich nicht seit sagen wir mal 2016 und das ist absurd denn eigentlich stehen wir auf Platz 6 aber es fühlt sich nicht so an und der Fußball den wir spielen fühlt sich nicht so an und es gibt viele Fans die kein Zutrauen mehr zum Trainer haben und der Fußball den wir spielen ist einfach träge langsam und besonders gegen Gegner die sich hinten reinstellen null gefährlich und interessanterweise funktioniert es scheinbar besser gegen mitspielende Gegner also vielleicht ist das ein Hoffnungsschema gegen Stuttgart aber momentan fällt es echt schwierig für die Eintracht optimistisch zu sein man kann nur irgendwie hoffen dass man bis zum Saisonende sich auf Platz 6 hält mit ein, zwei Siegen noch irgendwo die irgendwo vom Laster fallen müssen aber ist schon schwierig auch von der Personallage her ich meine dass Kalajic ausfällt das wissen ja alle dass der wird nie wieder für die Eintracht spielen und dann haben wir andere Spieler wie Skiri die andauernd irgendwelche Blissuren haben und Trapp hat irgendwie Rückenprobleme oft also es ist alles nicht so einfach ja mal gucken jetzt gegen euch fällt noch Tutor aus mit einer roten Karte ja wird nicht wird nicht einfacher und wenn man das Spiel verliert dann ist die Chance hoch dass einer von den drei Verfolgern der drei Teams mit 36 Punkten Hoffenheim Freiburg und Augsburg dass einer von denen auf drei Punkte an uns ran rückt momentan haben wir noch sechs Punkte Vorsprung ja das ist dann schon keine sichere Position mehr mal sehen was was passiert aber ich glaube was was uns halt so stört ist vor allen Dingen die Art und Weise des Fußballs wie wir spielen es ist nicht mehr das was die Eintracht so erfolgreich gemacht hat es ist nicht mehr das was womit wir den Europa Pokal gewonnen haben es ist ein Trauerspiel es ist nicht schön anzusehen also mal gucken wie das gegen Stuttgart wird ich meine in der Hinrunde war es gegen VfB eines der besseren Spiele von der Qualität her das Ergebnis war natürlich trotzdem am Ende scheiße war aber auch ein komisches Spiel ohne Heimfans also mit Heimfans aber ohne Stimmung also ja mal sehen was das für ein Spiel gibt in Stuttgart Danke hier an Benni natürlich ganz klare Geschichte und natürlich auch spannend ob sie noch bleiben können auf ihren europäischen Plätzen Restprogramm echt nicht einfach bei uns auswärts zu Augsburg gut dann geht es nach München zu Hause Leverkusen gut auswärts Gladbach und zu Hause nach Leipzig also wirklich ein schweres Restprogramm ich meine wir und Frankfurt wir beide in der Partie ist quasi die Partie auch der ich glaube beiden schwersten Restprogramme auf jeden Fall ganz oben dabei was die Schwere angeht immer daran gemessen Tabellensituation also durchschnittlicher Tabellenplatz der Gegner eben und dann kommen wir zu unserer PK ist ja auch ganz klar davor noch geschwind Wagenmann aber mitbekommen fällt aus Ermüdungsreaktion im Mittelfuß entsprechende Untersuchungen in Stuttgart dann und ja in den kommenden Wochen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen aber bei entsprechendem Heilungsverlauf könnte der 23-Jährige noch in dieser Saison wieder einsatzbereit sein klingt aber jetzt eher schlecht was da wieder auch hochgeholt wurde wird natürlich eine Meldung aus dem August 2023 auch da Ermüdungsreaktionen im Mittelfuß also wieder genau das gleiche also ein leidiges Thema bei Wagenmann mal gucken ob er nochmal eingreifen kann diese Saison sonst ist halt wieder das Thema du hast einen Stenzel du hast einen Stärschi und so weiter und so fort die da natürlich ersetzen könnten jetzt zur PK Nübel ist auch noch nicht 100% fit muskuläre Probleme noch ein Fragezeichen hinter seinem Einsatz sonst wäre er Bredlo fit sonst nochmal 3er Simon Wagenmann natürlich fällt aus Roh fällt weiter aus Zagadou und Nathai ebenso zu Roh gab es aber auch noch ein Zitat der ist nämlich kurz davor wieder mehr Teile im Mannschaftstraining mitzumachen und hinsichtlich des Spiels in Bremen ist es auch nicht mehr ausgeschlossen dass er dabei ist also das Spiel dann nächste Woche also auf jeden Fall auch keine schlechte Nachricht was das angeht Hönes zu Eintracht steht schon lange im oberen dritten Tabelle und ist voll im Soll auch nach den Wintertransfers haben die Frankfurt einen außergewöhnlich gut besetzten Kader mit viel Speed es gibt genug Spieler die da an den 35 kmh kratzen so eine richtig harte Lust die wir zu knacken haben das haben wir Hinspiel auch gespürt es war ein harter Kampf und sie haben uns alles abverlangt da war ich ja auch vor Ort 2 zu 1 Auswärtssieg da bin ich auch angesprochen mit der besonderen Situation für den Fans und sowas aber das war auch ein ganz ganz großer Sieg auch ein Statementsieg irgendwo in Frankfurt das Ding gewonnen zu haben zu dem Zeitpunkt damals und Hönes logischerweise Klassiker wie immer gute Aussagen wir brauchen am Samstag eine richtig gute und hochkonzentrierte Leistung es braucht einen guten Plan mit und gegen den Ball auf uns warten mit herausragenden Rahmenbedingungen 18-30 Topspiel vor ausverkauften Haus gegen einen Top-Gegner so ist es Vorfreude ist riesig ja nicht nur eure ich glaube auch unsere Vorfreude ist riesig von uns Fans wir haben die Chance mit einer guten Leistung wieder zu punkten und uns weiter zu etablieren Thema Champions League und sowas auch zu Nübel nochmal die Verlängerung der Laie ich freue mich total dass Alex weiter bei uns im Tor stehen wird vom ersten Spiel war er ein großer Faktor für uns und hat durch gute Leistungen überzeugt als Beispiel nach seinem Bock gegen Heidenheim lieferte er eine herausragende Partie gegen Dortmund ab das war beeindruckend das zeigt seine mentale Stärke er ist ein super Typ Fanliebling etc ist eine runde Sache auch das man hätte es wieder nicht besser ausdrücken können und was natürlich auch besonders ist für den Samstag das erste Mal wirklich komplett im neuen Stadion da war immer noch so ein bisschen was an der Haupttribüne jetzt dürfen glaube ich auch die Spieler wahrscheinlich auch jetzt wieder in der Mitte einlaufen bin gar nicht sicher aber müsste eigentlich er hat auch gesagt wir waren heute das erste Mal im neuen Innenraum der Haupttribüne und den Kabinen der MAP Arena wirklich beeindruckend das wird schön groß modern für uns es ist wie wenn man eine neue Wohnung einzieht wenn die Quote genauso bleibt wie mit den alten Kabinenräumen dann bin ich zufrieden das sagt der Augenzwinker wahrscheinlich in die Richtung wenn es weiterhin so gut läuft mit neuen Kabinenräumen wie es mit den alten lief dann nimmt das gerne mit das Thema noch hier nochmal PK natürlich auch erst heute am Freitag gewesen lief mir jetzt sogar mehr oder minder in den Plan rein wie ich das Video mache aber sonst natürlich eher donnerstags aber auf jeden Fall hat noch so in den Kram und in den Plan gepasst dass ich auch hier mit reinnehmen konnte ins Video das ist auch sehr wichtig und richtig und wie gesagt Vorfreude ist da ausverkaufte Hütte 5500 Gästefans werden erwartet stimmungsgeladenes Topspiel schreibt auch der VfB jetzt passen ja wieder 60.058 Zuschauer rein in Summe wirkt jetzt wieder das Ding auch komplett mitsamt des neuen Mercedes-Benz Business Centers und so weiter und so fort offizielle Öffnung mal gucken ob es da auch wieder ein paar mehr Bilder dann zu sehen gibt über das Spiel über das Wochenende zum Spiel Schiri ist auch schon festgelegt worden Dennis Aytekin bin ich erstmal sehr happy drüber ist wahrscheinlich schon mit der beste Schiri in Deutschland aktuell und dann bevor ich natürlich zur Prognose komme und eine Fan-Prognose sag ich mal komme geht es wieder in die Einspiele auch hier wie immer Podcaststadt ist schon online Spotify oder egal wo ihr Podcasts hört YouTube überall online seit Donnerstag 16 Uhr hier wieder mein Einspieler auch zu Frankfurt dort in voller Länge hier natürlich viele Daten aber nicht alle alle in Port Cannstatt Top-Spiel-Ansetzung Platz 3 gegen Platz 6 aktuell vorhin angesprochen 18 Punkte Unterschied 60 zu 42 wir sind sogar besser geworden in Rückrundentabelle sind sogar von Platz 3 auf 2 also hinunter bei 3 Rückrundentabelle 2 aktuell Frankfurt ist da um einen Platz schlechter geworden von Platz 6 auf Platz 7 Heimtabelle sind wir auf der 3 Frankfurt Aussitz auf Platz 7 also nicht so stark oder verhältnismäßig nicht so stark wie wir in der Heimtabelle im Marktwert sogar mittlerweile beide Mannschaften Tabellennachbarn wir auf Platz 5 Frankfurt auf der 6 ist ja auch krass die haben kurz den Champions League gespielt Europa League gewonnen und so weiter und wir haben sie gerade im Marktwert überholt das ist schon brutal zweitjüngster gegen den jüngsten Kader der Liga wir 24,4 im Schnitt also kompletter Kader nicht Startelf sondern kompletter Kader Frankfurt 24,3 Jahre im Schnitt hat auch den größten Kader die Eintracht 34 Spieler gibt tatsächlich keine Ex-Spieler von Frankfurt bei uns bei uns ist natürlich Jens Skrall der aber eh nicht spielt aber Oma Mamusch natürlich da ein Thema der glaube ich auch heiß begehrt ist mittlerweile von anderen Klubs bei Frankfurt bundsiger Vergleiche Klassiker gehen wir rein Passquote Platz 3 gegen Platz 7 Ball bis jetzt Platz 3 gegen Platz 6 da ein bisschen Vorteile für uns gewonnen Zweikämpfe ist es eng wir Platz 4 Frankfurt Platz 3 können interessant werden selber auch bei Luftzweikämpfen wir auf der 13 Frankfurt auf der 12 also interessante Duelle da vorprogrammiert da immer die insgesamt gewonnenen also nicht Quote sondern insgesamt gewonnene bei den Karten Frankfurt ein bisschen ruppiger wir sind ja 18 der Letzter weiterhin da unten Frankfurt auf der 10 VSM Gegner auch wir auf der 15 Frankfurt auf der 9 Laufdistanz da sind sie ein bisschen mehr am Start als wir Platz 5 Frankfurt wir auf Platz 10 und auch bei Sprints intensiven Läufen intensiv und hart und so wie er Hüns gesagt hat abverlangt zeigen wir auch die Statistiken hier nochmal da ist Frankfurt deutlich besser Sprints 3 intensive Läufe 2 wir jeweils auf Platz 12 wir haben eine gute Bilanz gegen Frankfurt und Heimspielen insgesamt 35 Siege 12 Unschieden 14 Pleiten in 61 Spielen aber letzte Saison war es durchaus durchwachsen ich habe vorhin auch irgendwo gelesen das letzte Mal als wir dort gegen Frankfurt gewonnen haben im Heimspiel müsste es sogar 2018 dann gewesen sein unter Korkut dann noch in dieser wilden Rückrunde das heißt wie gesagt durchwachsen in den letzten Jahren aber auch das interessant auf die Bundesliga betrachtet insgesamt ist Frankfurt unser Lieblingsgegner die Eintracht die Adler sind unsere Lieblingsgegner mehr Siege als gegen Frankfurt feierte der VfB in der Bundesliga gegen keinen anderen Verein schon 43 Mal gegen Frankfurt in der Bundesliga gewonnen und damit gehen wir rein in die Prognose von mir aus oder meine Gedanken zum Spiel auf jeden Fall vorhin schon angesprochen Frankfurt auf Platz 6 noch bin ich natürlich jetzt nicht so positiv gestimmt Frankfurt Fans glaube ich generell nicht so positiv gestimmt weil es auch so eine verkorkste Saison ist irgendwie wo man am Ende sagt ey wenn wir Sechster sind dann wissen wir auch nicht so richtig wie aber Hauptsache wir sind europäisch dabei so wirkt es ja ein bisschen bei Frankfurt gerade also das ist auf jeden Fall ein Team das schlagbar ist am Samstagabend 100% wir auch heimstark in Heimspielen sowieso immer alles möglich Dortmund natürlich nochmal richtig geil gewesen für uns die jetzt dann ja gegen Bremen war es glaube ich beide nächste Gegner aufeinander getroffen da mit dem Unentschieden in Frankfurt das war auch einfach zu wenig so das war auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes so hat Frankfurt nicht weiter geholfen Bremen auch nicht so wirklich Bremen nächste Woche unser Gegner also beide auch wenn man die Leistung da anguckt von diesem Freitagabendspiel das war Freitagabendspiel ja beide absolut schlagbar aber Bremen ist dann erst nächste Woche ein Thema jetzt ja Frankfurt interessant macht die Partie natürlich auch dass wir genau diesen Abstand zu Frankfurt haben über den wir gesprochen haben mit ja internationales Geschäft 18 Punkte auf Platz 6 das heißt 18 auf die Frankfurter und damit auch genau gleich viele Punkte wie noch Spiele zu gehen sind besser sofern ist dies das Frankfurt ist genau diese Grenze durch die wir jetzt sagen können jo wir spielen auf jeden Fall Europa League das heißt auch gegen die im direkten Duell zu gewinnen wäre richtig richtig groß und auch für Frankfurt natürlich wäre es sehr sehr wichtig um eben auf diesen Plätzen da oben zu bleiben interessant was ich vorhin gar nicht mit drin hatte aber jetzt hier nochmal extra mit rausgenommen habe in Sachen Statistik noch eine hinterher nämlich der VfB hat bisher alle seine 18-30 Spiele gewonnen Samstagabends das waren glaube ich fünf Stück haben wir jetzt hier ja das Dortmund Spiel war eins ein Frankfurt Spiel war eins war Wolfsburg auch eins ich glaube schon dann hat man auch noch Bremen haben wir dann die fünf Stück schon voll oder vergesse ich gerade irgendeins kann sein Hoffenheim klar 18-30 war auch noch Hoffenheim dann müssen sich alle fünf haben die haben wir alle gewonnen also auch das sehr sehr gutes Omen was das angeht wer da ein bisschen in meiner ja keine Ahnung meiner Form von gutem Omen quasi mitgeht jetzt auch nach einer Nübelverlängerung wäre es natürlich umso geiler wenn dann nochmal ein Spiel zu Null kommen würde das zehnte dann ja in Summe was ja auch komplett krass ist von dem her ich bin sehr positiv gestimmt und ich bleibe bei diesem 18-30 Spiel Ding quasi bei dem bei dem Omen bei dem Lauf bei den 18-30 Spielen bleibe ich bei und tippe auf ein ähnliches Spiel vielleicht auch sogar vom Spielverlauf und sowas ähnlich wie beim 18-30 Spiel Heimspiel gegen Bremen damals deswegen ich tippe hier auf ein 2-0 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt und damit bleibt nur noch übrig den kompletten Spieltag zu tippen was jetzt hier auch tue was natürlich auch so eingetragen wurde in der Kicktipprunde letzter Spieltag war glaube ich auch echt echt schwach bei mir da tippe ich auch einmal nicht auf den VfB tippe es auf den Unentschieden die gewinnt sogar in Dortmund also letzter Spieltag auch irgendwo selber schuld aber jetzt Freitagabendspiel Augsburg-Union 1-1 habe ich da getippt auch wenn da gut auch ein Sieg für Augsburg drin ist Bayern gegen Köln gehe ich auf ein 2-0 Leipzig auch 2-0 gegen Wolfsburg Mainz gewinnt weiterhin seine Heimspiele 2-1 gegen Hoffenheim Gladbach 1-3 gegen Dortmund die holen ja schon die Dortmunder Bochum 1-1 gegen Heidenheim auch da Bochum ist sehr sehr wichtig aber ich glaube Heidenheim lässt sich nicht schlagen wir 2-0 gegen Frankfurt wie gesagt Freiburg gewinnt knapp mit 2-1 in Darmstadt auch da weiß ich nicht ganz warum ich auf ein Tor für Darmstadt getippt habe aber keine Ahnung das sind immer die ersten Tipps die mir in den Kopf kommen wird auch nicht mehr geändert deswegen 1-2 Freiburg und zum Schluss noch da wären sie dann Meister Leverkusen 3-0 Heimsieg gegen Bremen und da bin ich durch wie immer gerne zu allen Themen falls noch nicht getan dann an der Stelle gerne zu allen Themen eure Kommentare eure Meinungen natürlich da lassen wie immer auch natürlich alle Links im Sammelink wie gesagt in der Videobeschreibung wie immer auch gerne kostenlos Like und Abonnenten lassen ganz klare Geschichte wichtig und richtig für den Kanal für uns als VfB Community bedankt fürs Zuschauen hier wie immer viel mehr fürs Zuhören in diesem Podcast-Stil und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal